Alice im Wunderland Erstes Kapitel Hinunter in den Kaninchenbau Alice fing an, sich zu langweilen. Sie saß schon lange bei ihrer Schwester am Ufer und hatte nichts zu tun. Das Buch, das ihre Schwester las, gefiel ihr nicht, denn es waren weder Bilder noch Gespräche darin. Und was nützen Bücher, dachte Alice, ohne Bilder und Gespräche? Sie überlegte sich eben, so gut es ging, denn sie war schläfrig und ganz benommen von der Hitze, ob es der Mühe wert sei, aufzustehen und Gänseblümchen zu pflücken, um eine Kette damit zu machen. Als plötzlich ein weißes Kaninchen mit roten Augen dicht an ihr vorbeirannte. Dies war nicht unbedingt sehr merkwürdig. Alice fand es auch nicht sehr ungewöhnlich, dass sie das Kaninchen sagen hörte, »Oh weh, oh weh, ich werde zu spät kommen«. Als sie später noch einmal daran dachte, fiel ihr ein, dass sie sich darüber hätte wundern sollen, doch zu der Zeit kam es ihr ganz natürlich vor. Aber als das Kaninchen seine Uhr aus der Westentasche zog, nach der Zeit sah und eilig fortlief, sprang Alice auf. Denn es war ihr bisher noch nie untergekommen, ein Kaninchen mit einer Westentasche und einer Uhr darin zu sehen. Vor Neugierde brennend rannte sie ihm über den Grasplatz nach und kam gerade noch rechtzeitig, um es in ein großes Loch unter der Hecke schlüpfen zu sehen. Im nächsten Augenblick war sie ihm in das Loch hinterhergesprungen, ohne nachzudenken, wie in aller Welt sie wieder herauskommen könnte. Der Eingang zum Kaninchenbau lief erst geradeaus wie ein Tunnel und ging dann plötzlich abwärts. Ehe Alice noch daran denken konnte, sich schnell festzuhalten, fühlte sie schon, dass sie fiel, wie es schien in einen tiefen, tiefen Brunnen. Entweder musste der Brunnen sehr tief sein oder sie fiel sehr langsam, denn sie hatte Zeit genug, sich beim Fallen umzusehen. Und sich zu fragen, was nun wohl geschehen würde. Zuerst versuchte sie, nach unten zu blicken, um zu sehen, wohin der Brunnen führte, aber es war zu dunkel, um etwas zu erkennen. Da besah sie die Wände des Brunnens und bemerkte, dass sie mit Küchenschränken und Bücherbrettern bedeckt waren. Hier und da erblickte sie Landkarten und Bilder, an Haken aufgehängt. Sie nahm im Vorbeifallen von einem der Bretter ein Töpfchen mit der Aufschrift »Orangenmarmelade«, aber zu ihrem großen Verdruss war es leer. Sie wollte es nicht fallen lassen, aus Furcht jemand unter sich zu töten, und es gelang ihr, es in einen anderen Schrank zu stellen, an dem sie vorbeikam. »Nun«, dachte Alice, »nach einem solchen Fall werde ich mir nichts mehr daraus machen, wenn ich die Treppe hinunterstolpere. Wie mutig sie mich zu Hause finden werden! Ich würde nicht ein Wort darüber verlieren, selbst wenn ich von der Dachspitze hinunterfiele«, was sehr wahrscheinlich war. »Hinunter, hinunter, hinunter«, wollte denn der Fall nie enden. »Wie viele Meilen ich wohl jetzt gefallen bin«, sagte sie laut. »Ich muss ungefähr am Mittelpunkt der Erde sein, mal nachdenken. Das wären 850 Meilen, glaube ich.« Denn ihr müsst wissen, Alice hatte dies in der Schule gelernt, und obgleich es keine sehr gute Gelegenheit war, ihre Kenntnisse zu zeigen, da niemand zum Zuhören da war, so übte sie doch ein wenig. »Ja, das ist ungefähr die Entfernung. Aber zu welchem Längen- und Breitengrade ich wohl gekommen sein mag?« Alice hatte nicht die geringste Ahnung, was Längengrad noch Breitengrad war, doch gefielen ihr die Worte großartig und waren nett auszusprechen. Bald sprach sie weiter. »Ob ich wohl ganz durch die Erde fallen werde? Wie komisch das sein wird, bei den Leuten herauszukommen, die auf dem Kopfe gehen. Die Antipathien, glaube ich.« Diesmal war es ihr ganz lieb, dass niemand zuhörte, denn das Wort klang für sie nicht richtig. »Aber natürlich werde ich sie fragen müssen, wie das Land heißt.« »Bitte, liebe Dame, ist dies Neuseeland oder Australien?« Und sie versuchte dabei zu knicksen. »Denk doch, knicksen. Wenn man durch die Luft fällt, könntet ihr das fertig kriegen?« »Aber sie werden mich für ein unwissendes kleines Mädchen halten, wenn ich frage.« »Nein, fragen geht nicht. Aber vielleicht sehe ich es irgendwo aufgeschrieben.« »Hinunter, hinunter, hinunter.« Sie konnte nichts weiter tun, also redete Alice einfach weiter. »Dina wird mich gewiss heute Abend recht suchen.« Dina war die Katze. »Ich hoffe, sie werden ihren Napf Milch zur Teestunde nicht vergessen.« »Dina, Mietz, ich wollte, du wärst hier unten bei mir. Ich mache mir nur Sorgen, dass es keine Mäuse in der Luft gibt, aber du könntest einen Spatzen fangen. Die wird es hier in der Luft wohl geben, glaubst du nicht?« »Und Katzen fressen doch Spatzen.« Hier wurde Alice etwas schläfrig und redete halb im Traum weiter. »Fressen Katzen gern Spatzen. Fressen Katzen gern Spatzen. Fressen Katzen gern Katzen.« Und da ihr niemand antworten konnte, so kam es gar nicht darauf an, wie sie die Frage stellte. Sie fühlte, dass sie einschlief. Eben hatte sie angefangen zu träumen, sie gehe Hand in Hand mit Dina spazieren und frage sie ganz ernsthaft, »Nun, Dina, sage die Wahrheit, hast du je einen Spatzen gefressen?« Als sie mit einem Male plump, plump auf einem Haufen aus trockenem Laub und Reisig zu liegen kam. Und damit war der Fall vorbei. Alice hatte sich gar nicht wehgetan. Sie sprang sogleich auf und sah in die Höhe, aber es war dunkel über ihr. Vor ihr lag ein zweiter langer Gang und sie konnte noch eben das weiße Kaninchen darin entlanglaufen sehen. Es war keinen Augenblick zu verlieren. Alice rannte wie der Wind los und hörte es gerade noch sagen, als es um eine Ecke bog, »Oh, Ohren und Schnurrbart, wie spät es ist!« Sie war dicht hinter ihm, aber als sie um die Ecke bog, da war das Kaninchen nicht mehr zu sehen. Sie befand sich in einem langen, niedrigen Korridor, der durch eine Reihe Lampen erleuchtet war, die von der Decke herabhingen. Zu beiden Seiten des Korridors waren Türen, aber sie waren alle verschlossen. Alice versuchte, jede Tür erst auf einer Seite, dann auf der anderen zu öffnen, und dann ging sie traurig in der Mitte entlang, überlegend, wie sie je herauskommen könnte. Plötzlich stand sie vor einem kleinen, dreibeinigen Tisch aus dickem Glas. Darauf war nichts anderes als ein winziges, goldenes Schlüsselchen, und Alice' erster Gedanke war, dass es zu einer der Türen des Korridors gehören könnte. Aber, ach, entweder waren die Schlösser zu groß oder der Schlüssel zu klein, kurz, er passte zu keinem einzigen. Jedoch, als sie das zweite Mal herumging, kam sie an einen niedrigen Vorhang, den sie vorher nicht bemerkt hatte, und dahinter war eine Tür, ungefähr 15 Zoll hoch. Sie steckte das goldene Schlüsselchen ins Schlüsselloch, und zu ihrer großen Freude passte es. Alice schloss die Tür auf und sah, dass sie zu einem kleinen Gang führte, der nicht viel größer als ein Mäuseloch war. Sie kniete nieder und sah durch den Gang in den schönsten Garten, den man sich vorstellen kann. Wie sehr wünschte sie sich, aus dem dunklen Korridor herauszukommen und zwischen den bunten Blumenbeeten und kühlen Springbrunnen umherzuwandern, aber sie konnte kaum den Kopf durch den Eingang stecken. Selbst wenn mein Kopf hindurch passte, dachte die arme Alice, was würde es nützen, ohne die Schultern? Oh, Ich möchte mich zusammenschieben können wie ein Teleskop. Das geht ganz gewiss, wenn ich nur wüsste, wie. Denn es war schon so viel Merkwürdiges mit ihr geschehen, dass Alice anfing zu glauben, es sei fast nichts unmöglich. Es schien ihr ganz unnütz länger bei der kleinen Tür zu warten. Daher ging sie zum Tisch zurück, darauf hoffend, sie würde noch einen Schlüssel finden oder jedenfalls ein Buch mit Anweisungen, wie man sich als Teleskop zusammenschieben könne. Diesmal fand sie ein Fläschchen darauf. Das stand gewiss vorhin nicht hier, sagte Alice. Um den Hals des Fläschchens war ein Zettel gebunden, auf dem wunderschön in großen Buchstaben folgende Worte gedruckt waren. Trinke mich. Aber die altkluge, kleine Alice wollte nichts übereilen. Nein, ich werde erst nachsehen, sprach sie, ob ein Totenkopf darauf ist oder nicht. Denn sie hatte mehrere Geschichten von Kindern gelesen, die sich verbrannt hatten oder sich von wilden Tieren hatten fressen lassen und in andere unangenehme Lagen geraten waren, nur weil sie nicht an die Warnungen dachten, die ihre Freunde ihnen gegeben hatten. Zum Beispiel, dass ein rotglühendes Eisen einen verbrennt, wenn man es anfasst, und dass, wenn man sich mit einem Messer tief in den Finger schneidet, es für gewöhnlich blutet. Und sie hatte nicht vergessen, dass, wenn man viel aus einer Flasche mit einem Totenkopf darauf trinkt, es einem unfehlbar schlecht bekommt. Diese Flasche jedoch hatte keinen Totenkopf. Daher wagte Alice zu kosten. Und da es ihr gut schmeckte, es war eigentlich wie ein Gemisch von Kirschkuchen, Sahnesoße, Ananas, Putenbraten, Toffee und armen Rittern, so trank sie die Flasche aus. Was für ein komisches Gefühl, sagte Alice. Ich schiebe mich gewiss zusammen wie ein Teleskop. Und so war es in der Tat. Jetzt war sie nur noch zehn Zoll hoch und ihr Gesicht leuchtete bei dem Gedanken, dass sie nun die richtige Größe habe, um durch die kleine Tür in den schönen Garten zu gehen. Doch erst wartete sie einige Minuten, ob sie noch mehr einschrumpfen werde. Sie war ein wenig ängstlich. Denn es könnte damit enden, sagte Alice sich selbst, dass ich ganz ausginge, wie ein Licht. Ich frage mich, wie ich dann aussehe. Und sie versuchte sich vorzustellen, wie die Flamme von einem Licht aussieht, wenn das Licht ausgeblasen ist. Aber sie konnte sich nicht erinnern, dies je gesehen zu haben. Nach einer Weile, als sie merkte, dass weiter nichts geschah, beschloss sie, gleich in den Garten zu gehen. Aber arme Alice, als sie an die Tür kam, hatte sie das goldene Schlüsselchen vergessen. Sie ging zu dem Tisch zurück, um es zu holen, musste aber erkennen, dass sie es unmöglich erreichen konnte. Sie sah es ganz deutlich durch das Glas, und sie gab sich alle Mühe, an einem der Tischfüße hinaufzuklettern, aber er war zu glatt. Und als sie vor Anstrengung ganz müde war, setzte sich das arme kleine Ding hin und weinte. »Still, was nützt es so zu weinen?« sagte Alice ganz böse zu sich selbst. »Ich rate dir, sofort aufzuhören!« Sie gab sich oft einen sehr guten Rat, obwohl sie ihn selten befolgte, und manchmal schallt sie sich selbst so streng, dass sie sich zum Weinen brachte. Und einmal, erinnerte sie sich, hatte sie versucht, sich eine Ohrfeige zu geben, weil sie beim Krocket betrogen hatte, als sie gegen sich selbst spielte, denn dieses eigentümliche Kind stellte sehr gern zwei Personen vor. »Aber jetzt ist es zu nichts Nutze«, dachte die arme Alice, »zu tun, als ob ich zwei verschiedene Personen wäre. Ach, es ist ja kaum genug von mir übrig für eine anständige Person.« Bald fiel ihr Blick auf eine kleine Glasbüchse, die unter dem Tisch lag. Sie öffnete sie und fand einen sehr kleinen Kuchen darin, auf welchem die Worte »Iss mich« schön in kleinen Rosinen geschrieben standen. »Gut, ich will ihn essen«, sagte Alice, »und wenn ich davon größer werde, so kann ich den Schlüssel erreichen. Wenn ich aber kleiner davon werde, so kann ich unter der Tür hindurchkriechen. So, auf jeden Fall gelange ich in den Garten. Es ist mir einerlei wie...« Sie aß einen Bissen und sagte neugierig zu sich selbst, »Aufwärts oder abwärts?« Dabei hielt sie die Hand prüfend auf ihren Kopf und war ganz erstaunt, als sie merkte, dass ihre Größe gleich blieb. Natürlich geschieht genau das für gewöhnlich, wenn man Kuchen isst, aber Alice war schon so an wunderbare Dinge gewöhnt, dass es ihr ganz langweilig schien, wenn das Leben so natürlich verlief. Sie machte sich also daran... Zweites Kapitel Der Tränenteich »Verquerer und verquerer«, rief Alice. Sie war so überrascht, dass sie im ersten Augenblick ansprachlos war. »Jetzt werde ich auseinandergeschoben wie das längste Teleskop, das es je gab. »Lebwohl, Füße!« Denn als sie auf ihre Füße hinab sah, konnte sie sie kaum mehr erkennen. So weit entfernt waren sie schon. »Oh, meine armen Füßchen! Wer euch wohl nun Schuhe und Strümpfe anziehen wird, meine Besten, denn ich kann es unmöglich tun. Ich bin viel zu weit fort, um mich mit euch abzugeben. Ihr müsst sehen, wie ihr fertig werdet.« »Aber gut, muss ich zu Ihnen sein«, dachte Alice, »sonst gehen Sie vielleicht nicht, wohin ich gehen möchte. Mal überlegen. Ich will Ihnen jedes Weihnachten ein paar neue Stiefel schenken.« Und sie dachte sich aus, wie sie das anfangen würde. »Sie müssen per Post gehen«, dachte sie. »Wie drollig wird es sein, seinen eigenen Füßen ein Geschenk zu schicken. Und wie komisch die Adresse aussehen wird. An Alices rechten Fuß, wohlgeboren. Fußteppich, nicht weit vom Kamin. Mit Grüßen von Alice.« »Oh, was für ein Unsinn, ich schwatze!« Genau in dem Augenblick stieß sie mit dem Kopf an die Decke. Sie war jetzt über neun Fuß groß, und sie nahm sogleich den kleinen goldenen Schlüssel und rannte nach der Gartentür. Arme Alice, das Einzige, was sie tun konnte, war, auf der Seite liegend mit einem Auge auf dem Garten hinunterzusehen. Aber an ein Durchgehen war noch weniger als vorher zu denken. Sie setzte sich hin und fing wieder an zu weinen. »Du solltest dich schämen«, sagte Alice, »so ein großes Mädchen!« Da hatte sie wohl recht. »Noch zu weinen! Hör gleich auf!« »Sag ich dir!« Aber sie weinte trotzdem weiter und vergoss eimerweise Tränen, bis sich zuletzt ein großer Teich um sie bildete, ungefähr vier Zoll tief und den halben Korridor lang. Nach einem Weilchen hörte sie aus der Entfernung Schritte und trocknete schnell ihre Tränen, um zu sehen, wer es sei. Es war das weiße Kaninchen, das prachtvoll gekleidet zurückkam, mit einem paar weißen Handschuhen in einer Hand und einem Fächer in der anderen. Es trippelte in großer Eile entlang und redete vor sich hin. »Oh, die Herzogin, die Herzogin, die wird mal außer sich sein, wenn ich sie warten lasse!« Alice war so ratlos, dass sie jeden um Hilfe gerufen hätte. Als das Kaninchen daher in ihre Nähe kam, fing sie mit leiser, schüchterner Stimme an. »Bitte, lieber Herr!« Das Kaninchen fuhr zusammen, ließ die weißen Handschuhe und den Fächer fallen und lief so schnell es konnte davon in die Nacht hinein. Alice hob den Fächer und die Handschuhe auf und da der Gang sehr heiß war, fächelte sie sich, während sie so zu sich selbst sprach. »Wunderbar! Wie seltsam heute alles ist! Und gestern war es ganz gewöhnlich, ob ich wohl in der Nacht ausgewechselt worden bin? Lass mal überlegen. War ich dieselbe, als ich heute früh aufstand? Es kommt mir fast vor, als hätte ich eine Veränderung in mir gefühlt. Aber wenn ich nicht dieselbe bin, dann ist die Frage, wer in aller Welt bin ich? Ja, das ist das Rätsel.« So gingen sie in Gedanken alle Kinder ihres Alters durch, die sie kannte, um zu sehen, ob sie in eins davon verwandelt wäre. »Ich bin sicherlich nicht Ida,« sagte sie, »denn die trägt lange Locken und mein Haar ist gar nicht lockig. Und bestimmt kann ich nicht klarer sein, denn ich weiß eine ganze Menge und sie, oh, sie weiß sehr wenig. Außerdem, sie ist sie selbst und ich bin ich und wie konfus das alles ist. Ich will versuchen, ob ich noch alles weiß, was ich sonst immer wusste. Lass mal sehen. Vier mal fünf ist zwölf und vier mal sechs ist dreizehn und vier mal sieben ist... Oh, weh! Auf die Art komme ich nie bis zwanzig. Aber das Einmal-Eins hat nicht so viel zu sagen. Ich will Geografie nehmen. »London ist die Hauptstadt von Paris und Paris ist die Hauptstadt von Rom und Rom? Nein, ich wette, das ist alles falsch. Ich muss in Clara verwandelt sein. Ich will doch einmal sehen, ob ich sagen kann, »bei einem Wirte«. Und sie faltete die Hände, als ob sie etwas vor ihrer Lehrerin aufsagte und fing an. Aber ihre Stimme klang rau und ungewohnt und die Worte kamen nicht wie sonst. »Bei einem Wirte von der Welt, da war ich jüngst zu Gaste. Ein Bienennest, das war sein Schild, in einer braunen Tatze. Es war der grimme Zottelbär, bei dem ich eingekehret. Mit süßem Honigseim hat er sich selber wohl genährt.« »Das kommt mir gar nicht richtig vor«, sagte die arme Alice und Tränen kamen ihr in die Augen, als sie weitersprach. »Ich muss doch Clara sein und ich werde in dem alten kleinen Hause wohnen müssen und beinahe keine Spielsachen zum Spielen haben. Und ach, so viel zu lernen. Nein, was nehme ich mir vor? Wenn ich Clara bin, will ich hier unten bleiben. Es soll ihnen nichts nützen, wenn sie die Köpfe zusammenstecken und darunter rufen, »Komm wieder rauf, Herzchen!«, »Ich will nur hinaufsehen und sprechen.« »Wer bin ich denn?«, sagt mir das erst. »Und dann, wenn ich die Person gern bin, will ich kommen. Wenn nicht, so will ich hier unten bleiben, bis ich jemand anderes bin.« »Aber oh weh!«, schluchzte Alice plötzlich auf. »Ich wünschte, sie sehen herunter. Es ist mir so langweilig, hier ganz allein zu sein.« Als sie so sprach, sah sie auf ihre Hände hinab und bemerkte mit Erstaunen, dass sie beim Reden einen von den weißen Glaseehandschuhen des Kaninchens angezogen hatte. »Wie habe ich das nur gemacht?«, dachte sie. »Ich muss wieder klein geworden sein.« Sie stand auf und ging zu dem Tisch, um sich daran zu messen, und stellte fest, dass sie jetzt ungefähr zwei Fuß hoch sei. Dabei schrumpfte sie noch zusehends weiter. Sie merkte bald, dass die Ursache davon der Fächer war, den sie hielt. Sie warf ihn schnell hin, gerade noch zur rechten Zeit, um sich vor dem gänzlichen Verschwinden zu retten. »Da habe ich aber noch mal Glück gehabt,« sagte Alice sehr erschrocken über die plötzliche Veränderung, aber froh, dass sie noch existierte. »Und nun in den Garten!« Und sie lief eilig zu der kleinen Tür. Aber ach, die kleine Tür war wieder verschlossen, und das goldene Schlüsselchen lag auf dem Glastisch wie vorher. »Und es ist schlimmer als je,« dachte das arme Kind, »denn so klein bin ich noch nie gewesen. Nein, nie. Und ich sage, es ist zu schlimm, ist es.« Während sie diese Worte sprach, rutschte sie aus, und im nächsten Augenblick, platsch, fiel sie bis ans Kinn ins Salzwasser. Ihr erster Gedanke war, sie sei ins Meer gefallen. »In dem Fall kann ich mit der Eisenbahn zurückreisen,« sprach sie zu sich. Alice war einmal in ihrem Leben am Meer gewesen und war zu dem allgemeinen Schluss gelangt, dass man, wo immer man ans Meeresufer kommt, eine Anzahl Badekarren im Wasser findet, Kinder, die mit hölzernen Spaten im Sand graben, dann eine Reihe Wohnhäuser und dahinter eine Eisenbahnstation. Doch sie merkte bald, dass sie sich in dem Tränenteich befand, den sie geweint hatte, als sie neun Fuß hoch war. »Ich wünschte, ich hätte nicht so sehr geweint,« sagte Alice, als sie umherschwamm und versuchte, herauszugelangen. »Jetzt werde ich wohl dafür bestraft werden und in meinen eigenen Tränen ertrinken, das wird sonderbar sein. Aber alles ist heute so sonderbar.« In diesem Augenblick hörte sie nicht weit davon etwas in dem Teich plätschern und sie schwamm dem Geräusch nach, um zu sehen, was es sei. Erst glaubte sie, es müsse ein Walross oder ein Nilpferd sein, dann aber besann sie sich, wie klein sie jetzt war und merkte bald, dass es nur eine Maus sei, die wie sie hineingefallen war. »Würde es wohl etwas nützen,« dachte Alice, diese Maus anzusprechen. »Alles ist so wunderlich hier unten, dass ich glauben möchte, sie kann sprechen. Auf jeden Fall kostet Fragen ja nichts.« Also fing sie an. »Oh, Maus, weißt du, wie man aus diesem Teich gelangt? Ich bin von dem Umherschwimmen ganz müde. Oh, Maus!« Alice dachte, so würde man eine Maus richtig anreden. Sie hatte es zwar noch nie getan, aber sie erinnerte sich ganz gut, in der lateinischen Grammatik ihres Bruders gelesen zu haben. »Eine Maus, eine Maus, eine Maus, eine Maus, oh Maus.« Die Maus sah sie etwas neugierig an und schien mit dem einen Auge zu blinzeln, aber sie sagte nichts. »Vielleicht versteht sie kein Englisch,«, dachte Alice. »Es ist vielleicht eine französische Maus, die mit Wilhelm, dem Eroberer, herübergekommen ist.« Denn trotz ihrer Geschichtskenntnisse hatte Alice keine ganz klaren Vorstellungen, wie lange irgendein Ereignis her sei. Sie fing also wieder an. »Oh, Emma, Schat!«, was der erste Satz in ihrem Französischbuch war. Die Maus sprang aus dem Wasser in die Höhe und schien vor Angst, am ganzen Leibe zu zittern. »Oh, ich bitte um Verzeihung,« sagte Alice schnell, erschrocken, dass sie das arme Tier verletzt haben könnte. »Ich hatte ganz vergessen, dass sie Katzen nicht mögen.« »Katzen nicht mögen?« schrie die Maus mit kreischender, wütender Stimme. »Würdest du Katzen mögen, wenn du an meiner Stelle wärst?« »Nein, wohl kaum,« sagte Alice in freundlichem Ton. »Sei nicht mehr böse darüber, und doch möchte ich dir unsere Katze Dina zeigen. Ich glaube, du würdest Gefallen an Katzen finden, wenn du sie nur sehen könntest. Sie ist ein so liebes, ruhiges Tier,« sprach Alice weiter, halb zu sich selbst, wie sie so gemütlich im Teich herumschwamm. »Sie sitzt so fein beim Feuer, leckt sich die Pfoten und putzt sich das Schnäuzchen, und sie ist eine solch famose Mäusefängerin.« »Oh, ich bitte um Verzeihung,« sagte Alice wieder, »denn diesmal sträubte sich das ganze Fell der armen Maus, und Alice dachte, sie müsse jetzt sicherlich sehr beleidigt sein. »Wir wollen nicht mehr davon reden, wenn du es nicht gern hast.« »Wir? Wirklich?« entgegnete die Maus, die bis zur Schwanzspitze zitterte, »als ob ich eh über so etwas sprechen würde. Unsere Familie hat von jeher Katzen verabscheut. hässliche gemeine Dinger. Lass mich ihren Namen nicht wieder hören.« »Nein, gewiss nicht,« sagte Alice eifrig bemüht, ein anderes Gesprächsthema zu finden. »Äh, magst du, magst du gern Hunde?« Die Maus antwortete nicht. Daher fuhr Alice eifrig fort. »Es wohnt ein so reizender kleiner Hund nicht weit von unserem Hause. Den möchte ich dir zeigen können. Ein kleiner Wachtelhund, weißt du? Ach, mit solch grausem, braunem Fell. Und er apportiert alles, was man ihm hinwirft. Und er kann aufrecht stehen, um sein Essen betteln. Und so viele Kunststücke. Ich kann mich kaum an die Hälfte erinnern. Und er gehört einem Gutsverwalter, weißt du? Und er sagt, er ist so nützlich, dass er ihm hundert Pfund wert ist. Er sagt, er vertilgt alle Ratten und... Oh, wie dumm, sagte Alice reumütig. Ich fürchte, ich hab ihr wieder wehgetan. Denn die Maus schwamm so schnell sie konnte von ihr fort und brachte den Teich dadurch ordentlich in Bewegung. Sie rief ihr daher freundlich nach. »Liebes Mäuschen, komm wieder zurück. Und wir wollen nicht mehr von Katzen und Hunden reden, wenn du sie nicht gern hast.« Als die Maus das hörte, wandte sie sich um und schwamm langsam zu ihr zurück. Ihr Gesicht war ganz blass. »Vor Ärger«, dachte Alice, und sie sagte mit leiser, zitternder Stimme, »Komm mit mir ans Ufer, dann will ich dir meine Geschichte erzählen und dann wirst du begreifen, warum ich Katzen und Hunde nicht leiden kann.« Es war an der Zeit, sich aufzumachen, denn der Teich begann von allerlei Vögeln und Getier zu wimmeln, das hineingefallen war. Da waren eine Ente und ein Dodo, ein roter Papagei und ein junger Adler und mehrere andere merkwürdige Geschöpfe. Alice führte sie an und die ganze Gesellschaft schwamm ans Ufer. Drittes Kapitel Kaukusrennen Und was daraus wird Es war in der Tat eine wunderliche Gesellschaft, die sich am Strand versammelte, Die Vögel mit triefend nassen Federn, die übrigen Tiere mit fest anliegendem Fell, alle durch und durch nass, schlechter Laune und unbehaglich. Die erste Frage war, wie sie sich trocknen könnten. Es wurde eine Beratung darüber gehalten und nach wenigen Minuten kam es Alice ganz natürlich vor, vertraulich mit ihnen zu schwatzen, als ob sie sie ihr ganzes Leben gekannt hätte. Sie hatte sogar eine kleine Auseinandersetzung, mit dem Papagei, der zuletzt brummig wurde und nur noch sagte, ich bin älter als du und muss es besser wissen. Das wollte Alice nicht zugeben und fragte nach seinem Alter und da der Papagei es aber nicht sagen wollte, so blieb die Sache unentschieden. Endlich rief die Maus, die eine wichtige Person unter ihnen zu sein schien, setzten sich zugleich in einem großen Kreis nieder, die Maus in der Mitte. Alice hatte die Augen erwartungsvoll auf sie gerichtet, denn sie war überzeugt, dass sie sich entsetzlich erkälten werde, wenn sie nicht sehr bald trocknen würde. »Hm«, sagte die Maus mit wichtiger Miene, »seid ihr alle soweit?« »Es ist das Trockenste, worauf ich mich besinnen kann. Alles still, wenn ich bitten darf.« »Wilhelm, der Eroberer, dessen Ansprüche vom Papst unterstützt wurden, fand bald Anhänger unter den Engländern, die einen Anführer brauchten und die in jener Zeit sehr an Usurpation und Eroberung gewöhnt waren, Edwin und Morka, Grafen von Merseria und Northumbria.« »Ooooh!« gähnte der Papagei und schüttelte sich. »Bitte um Verzeihung!« sprach die Maus mit gerunzelter Stirn, aber sehr höflich. »Haben Sie etwas gesagt?« »Ich nicht«, erwiderte der Papagei schnell. »Es kam mir so vor«, sagte die Maus. »Ich fahre fort.« Edwin und Morka, Grafen von Merseria und Northumbria, schworen ihm Treue, und selbst Stigant, der patriotische Erzbischof von Canterbury, fand es ratsam. »Fand was?« unterbrach die Ente. »Fand es«, antwortete die Maus ziemlich aufgebracht. »Du wirst doch wohl wissen, was es bedeutet.« »Ich mein sehr wohl, was es bedeutet, wenn ich etwas finde«, sagte die Ente. »Es ist gewöhnlich, ein Frosch oder ein Murm. Die Frage ist, was fand der Erzbischof?« Die Maus beachtete die Frage nicht, sondern fuhr hastig fort. »Fand es ratsam«, von Edgar Esseling begleitet, Wilhelm entgegenzugehen und ihm die Krone anzubieten. Wilhelm war zunächst zurückhaltend, aber die Unverschämtheit seiner Normanen. Wie steht's jetzt, Liebe?« fuhr sie fort, sich an Alice wendend. »Noch ganz genauso nass«, sagte Alice schwermütig. »Es scheint mich nicht trocken zu machen.« »In dem Fall«, sagte der Dodo feierlich, indem er sich erhob, »stelle ich den Antrag, dass die Versammlung vertagt wird und zur unmittelbaren Anwendung von wirksameren Mitteln schreitet.« »Sprich deutlich«, sagte der Adler. »Ich verstehe den Sinn von deinen langen Wörtern nicht und ich wette du auch nicht.« Und der Adler bückte sich, um ein Lächeln zu verbergen und einige der anderen Vögel kicherten hörbar. »Was ich sagen wollte«, sprach der Dodo in gereiztem Ton, »war, dass das beste Mittel, uns zu trocknen, ein Kaukusrennen wäre.« »Was ist ein Kaukusrennen?« fragte Alice. »Nicht, dass ihr viel daran lag, es zu wissen, aber der Dodo hatte nicht weitergeredet, als ob er eine Frage erwartete und niemand anders schien darauf zu reagieren.« »Nun«, meinte der Dodo, »die beste Art, es zu erklären, ist, es zu spielen.« »Und da ihr vielleicht das Spiel selbst einen Winternachmittag versuchen möchtet, so will ich erzählen, wie der Dodo es anfing.« Erst zeichnete er die Bahn auf, eine Art Kreis. »Es kommt nicht genau auf die Form an«, sagte er, »und dann wurde die ganze Gesellschaft hier und da auf der Bahn aufgestellt.« Es wurde kein »eins, zwei, drei, los« gezählt, sondern sie fingen an zu laufen, wenn es ihnen einfiel und hörten auf, wann es ihnen einfiel, sodass es nicht leicht zu entscheiden war, wann das Rennen zu Ende war. Als sie jedoch ungefähr eine halbe Stunde gerannt und vollständig getrocknet waren, rief der Dodo plötzlich, »Das Rennen ist aus!« und sie drängten sich ganz außer Atem um ihn mit der Frage, »Aber wer hat gewonnen?« Diese Frage konnte der Dodo nicht ohne großes Nachdenken beantworten und er saß lange mit einem Finger an die Stirn gelegt, die Stellung, in der ihr meistens Shakespeare in seinen Bildern seht, während die übrigen schweigend auf ihn warteten. Endlich sprach der Dodo, »Jeder hat gewonnen und alle sollen einen Preis haben.« »Aber woher sollen die Preise kommen?« fragte ein ganzer Chor von Stimmen. »Versteht sich? Von ihr!« sagte der Dodo mit dem Finger auf Alice zeigend und sogleich umringte sie die ganze Gesellschaft und alle riefen durcheinander »Preise! Preise!« Alice wusste überhaupt nicht, was da zu tun sei. In ihrer Verzweiflung fuhr sie mit der Hand in die Tasche und zog eine Schachtel Zuckerplätzchen hervor. Glücklicherweise war das Salzwasser nicht hineingedrungen und die verteilte sie als Preise. Sie reichten gerade aus, eins für jeden. »Aber sie selbst muss auch einen Preis bekommen, wisst ihr?« sagte die Maus. »Versteht sich!« entgegnete der Dodo ernst. »Was hast du noch in der Tasche?« fuhr er zu Alice Gewand fort. »Nur ein Fingerhut«, sagte Alice traurig. »Reiche ihn mir herüber«, versetzte der Dodo. Darauf versammelten sich wieder alle um sie, während der Dodo ihr den Fingerhut feierlich überreichte mit den Worten, »Wir bitten, Sie wollen uns gütigst mit der Annahme dieses eleganten Fingerhutes beirren.« Und als er diese kurze Rede beendet hatte, klatschten alle Beifall. Alice fand das alles höchst albern, aber die ganze Gesellschaft sah so ernst aus, dass sie sich nicht zu lachen getraute, und da ihr keine passende Antwort einfiel, verbeugte sie sich einfach und nahm den Fingerhut würdevoll in Empfang. Nun mussten zunächst die Zuckerplätzchen verzehrt werden, was nicht wenig Lärm und Verwirrung hervorrief. Die großen Vögel nämlich beklagten sich, dass sie nichts schmecken konnten, die kleinen aber verschluckten sich und mussten auf den Rücken geklopft werden. Endlich war auch dies vollbracht, und alle setzten sich im Kreis herum und baten das Mäuslein, noch etwas zu erzählen. »Du hast mir deine Geschichte versprochen,« sagte Alice, »und woher es kommt, dass du K-Punkt und H-Punkt nicht leiden kannst,« fügte sie leise hinzu, um nur das niedliche Tierchen nicht wieder böse zu machen. »Ach,« seufzte das Mäuslein, »ich bin euch mit meiner Geschichte zu langschwänzig und zu tragisch.« Dabei sah sie Alice fragend an. »Langschwänzig? Das muss wahr sein,« sagte Alice und sah nun erst mit rechter Bewunderung auf den geringelten Schwanz der Maus hinab. »Aber wieso tragisch? Was trägst du denn?« Während sie noch darüber nachsahen, fing die langschwänzige Erzählung schon an, folgender Gestalt. »Filax«, sprach zu der Maus, die ertraf in dem Haus, »Geh mit mir vor Gericht, daß ich dich verklage, komm und wehr dich nicht mehr, ich muß haben ein Verhör, denn ich habe nichts zu tun schon zwei Tage,« sprach die Maus zum Köter. »Solch Verhör, lieber Herr, ohne Richter, ohne Zeugen, tut nicht Not. Ich bin Zeuge, ich bin Richter,« sprach er schlau und schnitt Gesichter, »das Verhör leite ich und verdamme dich zum Tod.« »Du passt nicht auf,« sagte die Maus strenge zu Alice. »Woran denkst du?« »Ich bitte um Verzeihung,« sagte Alice sehr bescheiden. »Du warst bis zur fünften Biegung gekommen, glaube ich.« »Mit Nichten,« sagte die Maus entschieden und sehr ärgerlich. »Nichten,« rief Alice, die gern neue Bekanntschaften machte und sah sich neugierig überall um. »Oh, wo sind sie, deine Nichten? Lass mich gehen und sie herholen.« »Das werde ich schön bleiben lassen,« sagte die Maus, indem sie aufstand und fortging. »Deinen Unsinn kann ich nicht mehr mit anhören.« »Ich meine es nicht böse,« entschuldigte sich die arme Alice, »aber du bist so sehr empfindlich, du!« Das Mäuslein brummte nur als Antwort. »Bitte, komm wieder und erzähle deine Geschichte fertig,« rief Alice ihr nach und die anderen wiederholten im Chor. »Ja, bitte!« Aber das Mäuschen schüttelte unwillig mit dem Kopf und ging schnell fort. »Wie schade, dass es nicht bleiben wollte,« seufzte der Papagei, sobald es nicht mehr zu sehen war und eine alte Unke nutzte die Gelegenheit, zu ihrer Tochter zu sagen, »Ja, mein Kind, lass dir dies eine Lehre sein, niemals übler Laune zu sein.« »Halt den Mund, Mama,« sagte die junge Unke etwas naseweiß. »Warf dich, du würdest die Geduld einer Auster erschöpfen.« »Ich wünschte, ich hätte unsere Diener hier, das wünschte ich,« sagte Alice laut, ohne jemand insbesondere anzureden. »Sie würde sie bald zurückholen.« »Und wer ist Diener, wenn ich fragen darf?« sagte der Papagei. Alice antwortete eifrig, denn sie sprach gar zu gern von ihrem Liebling. »Diener ist unsere Katze und sie ist so geschickt im Mäusefang, ihr könnt's euch gar nicht vorstellen. Und ach, hättet ihr sie nur Vögel jagen sehen, ich sage euch, sie frisst einen kleinen Vogel, so wie sie ihn zu Gesicht bekommt.« Diese Mitteilung verursachte große Aufregung in der Gesellschaft. Einige der Vögel machten sich augenblicklich davon. Eine alte Elster fing an, sich sorgfältig einzuwickeln, indem sie bemerkte, »Ich muss wirklich nach Hause gehen, die Nachtluft ist nicht gut für meinen Hals.« Und ein Kanarienvogel piepte zitternd zu seinem Kleinen, »Kommt fort, Kinder, es ist höchste Zeit für euch, zu Bett zu gehen.« Mit verschiedenen Entschuldigungen entfernten sie sich alle, und Alice war bald ganz allein. »Hätte ich nur Dina nicht erwähnt,« sprach sie zu sich mit betrübtem Tone, »Niemand scheint sie gern zu haben, hier unten, und dabei ist sie doch die beste Katze von der Welt. Oh, meine liebe Dina, ob ich dich wohl je wiedersehen werde?« Dabei fing die arme Alice von Neuem zu weinen an, denn sie fühlte sich gar zu einsam und mutlos. Nach einem Weilchen jedoch hörte sie wieder ein Trappeln von Schritten in der Entfernung und blickte aufmerksam hin, halb in der Hoffnung, dass die Maus sich besonnen habe und zurückkomme, ihre Geschichte zu Ende zu erzählen. Viertes Kapitel Die Wohnung des Kaninchens Es war das weiße Kaninchen, das langsam zurückgewandert kam, in dem es sorgfältig beim Gehen umherblickte, als ob es etwas verloren hätte, und sie hörte, wie es für sich murmelte, »Die Herzogin, die Herzogin, oh, meine weichen Pfoten, oh, mein Fell und Knebelbart, sie wird mich hängen lassen, so gewiss Frettchen Frettchen sind, wo kann ich sie habe fallen lassen, ich begreife es nicht.« Alice erriet augenblicklich, dass es den Fächer und die weißen Glacierhandschuhe meinte, und gutmütig fing sie an, danach zu suchen, aber sie waren nirgends zu sehen. Alles schien seit ihrem Bad in dem Teich verwandelt zu sein, und der große Korridor mit dem Glastisch und der kleinen Tür war gänzlich verschwunden. Das Kaninchen erblickte Alice bald und wie sie überall suchte und rief ihr ärgerlich zu, »Was, Marianne, hast du hier zu schaffen? Lauf augenblicklich nach Hause und hole mir ein paar Handschuhe und einen Fächer schnell vorwärts!« Alice war so erschrocken, dass sie schnell in die angedeutete Richtung fortlief, ohne ihm zu erklären, dass es sich geirrt habe. »Es hält mich für sein Hausmädchen«, sagte sie zu sich selbst und lief weiter, »wie es sich wundern wird, wenn es erfährt, wer ich bin, aber ich will ihm lieber seinen Fächer und seine Handschuhe bringen, falls ich sie finden kann.« Wie sie so mit sich redete, kam sie an ein nettes kleines Haus, an dessen Tür ein glänzendes Messingschild hing, mit dem Namen »W.Kaninchen« darauf. Sie ging hinein, ohne anzuklopfen, lief die Treppe hinauf, in großer Angst, der wirklichen Marianne zu begegnen und zum Hause hinausgewiesen zu werden, ehe sie den Fächer und die Handschuhe gefunden hätte. »Wie komisch es ist«, sagte Alice sich, »Besorgungen für ein Kaninchen zu machen. Vermutlich wird mir Dina nächstens Aufträge geben«, und sie dachte sich schon aus, wie alles kommen würde. »Prollan Alice, kommen Sie gleich, es ist Zeit zum Ausgehen für Sie.« »Gleich, Kinderfrau, aber ich muss dieses Mäuseloch hier bewachen, bis Dina wiederkommt und aufpassen, dass die Maus nicht herauskommt.« »Nur würde Dina«, dachte Alice weiter, »gewiss nicht im Haus bleiben dürfen, wenn sie anfinge, die Leute so herumzukommandieren.« Mittlerweile war sie in ein sauberes kleines Zimmer gelangt, mit einem Tisch vor dem Fenster und darauf lagen, wie sie gehofft hatte, ein Fächer und zwei oder drei Paar winziger weißer Glacierhandschuhe. Sie nahm den Fächer und ein paar Handschuhe und wollte eben das Zimmer verlassen, als ihr Blick auf ein Fläschchen fiel, das bei dem Spiegel stand. Diesmal war kein Zettel mit den Worten und trinke mich. Darauf aber trotzdem zog sie den Pfropfen heraus und setzte es an die Lippen. »Ich weiß, etwas Merkwürdiges muss geschehen, sobald ich esse oder trinke. Drum will ich probieren, was dieses Fläschchen tut. Ich hoffe, dass es mich wieder größer macht, denn es ist sehr langweilig, ein solch winziges kleines Ding zu sein.« »Richtig«, und zwar schneller, als sie erwartete. Ehe sie das Fläschchen halb ausgetrunken hatte, fühlte sie, wie ihr Kopf an die Decke stieß und sie musste sich rasch bücken, um sich nicht den Hals zu brechen. Sie stellte die Flasche hin, indem sie zu sich sagte, »Das ist genug. Ich hoffe, ich werde nicht weiter wachsen. Ich kann so schon nicht zur Tür hinaus. Hätte ich nur nicht so viel getrunken.« Oh weh! Es war zu spät, sich dies zu wünschen. Sie wuchs und wuchs und musste sehr bald auf den Fußboden niederknien und im nächsten Augenblick war selbst dazu nicht Platz genug. Sie legte sich nun hin, einen Ellbogen gegen die Tür gestemmt und den anderen Arm unter dem Kopf. Immer noch wuchs sie und als letztes streckte sie einen Arm zum Fenster hinaus und legte einen Fuß in den Kamin hinauf und sprach, »Nun kann ich nichts mehr tun, was auch geschehen mag. Was wird nur aus mir werden?« Zum Glück für Alice hatte das Zauberfläschchen nun seine volle Wirkung entfaltet und sie wuchs nicht weiter. Aber es war sehr unbequem und da durchaus keine Aussicht bestand, dass sie je wieder aus dem Zimmer hinauskomme, so war sie natürlich sehr unglücklich. »Es war viel besser zu Hause«, dachte die arme Alice, »wo man nicht fortwährend größer und kleiner wurde und sich nicht von Mäusen und Kaninchen kommandieren zu lassen brauchte. Ich wünschte fast, ich wäre nicht in den Kaninchenbau hineingelaufen, denn es ist doch komisch, diese Art Leben. Ich möchte wohl wissen, was eigentlich mit mir vorgegangen ist. Wenn ich Märchen gelesen habe, habe ich immer gedacht, so etwas käme nie vor. Nun bin ich mittendrin in einem. Es sollte ein Buch von mir geschrieben werden und wenn ich groß bin, will ich eins schreiben. Aber ich bin ja jetzt groß«, sprach sie betrübt weiter. »Wenigstens ist hier kein Platz mehr, um noch größer zu werden.« »Aber«, dachte Alice, »werde ich denn nie älter werden, als ich jetzt bin?« »Das ist ein Trost«, »nie eine alte Frau zu sein, aber dann immer Aufgaben zu lernen zu haben.« »Oh, das möchte ich nicht.« »Oh, du einfältige Alice«, schallt sie sich selbst, »wie kannst du hier Aufgaben lernen? Sieh doch, es ist kaum Platz genug für dich und noch weniger für irgendein Schulbuch.« Und so redete sie weiter, erst als eine Person, dann die andere und hatte so eine lange Unterhaltung mit sich selbst, aber nach einigen Minuten hörte sie draußen eine Stimme und schwieg, um zu horchen. »Majanne, Majanne«, sagte die Stimme, »hole mir gleich meine Handschuhe« und es kam ein Trappeln von kleinen Füßen die Treppe herauf. Alice wusste, dass es das Kaninchen war, das sie suchte, und sie zitterte so sehr, dass sie das ganze Haus erschütterte. Sie hatte ganz vergessen, dass sie jetzt wohl tausendmal so groß wie das Kaninchen war und keinen Grund hatte, sich vor ihm zu fürchten. Jetzt kam das Kaninchen an die Tür und wollte sie aufmachen. Da aber die Tür nach innen aufging und Alice Ellbogen fest dagegen gestemmt war, so war es ein vergeblicher Versuch. Alice hörte, wie es zu sich selbst sprach. »Dann werde ich herumgehen und zum Fenster hineinsteigen.« »Das wirst du nicht tun«, dachte Alice, und nachdem sie gewartet hatte, bis sie das Kaninchen dicht unter dem Fenster zu hören glaubte, streckte sie mit einem maliger Hand aus und griff in die Luft. Sie ergriff zwar nichts, hörte aber einen schwachen Schrei und einen Fall, dann das Geklirr von zerbrochenem Glase, woraus sie schloss, dass das Kaninchen wahrscheinlich in ein Gurkenbeet gefallen sei oder etwas dergleichen. Demnächst kam eine ärgerliche Stimme, die des Kaninchens. »Pat, Pat, wo bist du?« und dann eine Stimme, die sie noch nicht gehört hatte. »Wo soll ich sind? Ich bin hier, grabe Äpfel aus, euer Gnaden.« »Äpfel ausgraben, so«, sagte das Kaninchen ärgerlich, »hier, komm und hilf mir heraus.« Noch mehr Geklirr von Glasscherben. »Nun sage mir, Pat, was ist das da oben im Fenster?« »Wat sollt sind? Sist ein Arm, euer Gnaden.« Er sprach es Arm aus. »Ein Arm, du Esel! Wer hat je so einen großen Arm gesehen? Er nimmt ja das ganze Fenster ein.« »Zudin, das tut er, euer Gnaden.« »Aber in Arum ist es und in Arum bliebt es.« »Jedenfalls hat er da nichts zu suchen. Geh und schaffe ihn fort.« Darauf folgte eine lange Pause, während welcher Alice sie nur einzelne Worte flüstern hörte, wie »Zudin, das scheint mir nicht, euer Gnaden.« »Jarnich, jarnich.« »Tu, was ich dir sage, feige Memme.« Zuletzt streckte sie die Hand wieder aus und griff in die Luft. Diesmal hörte sie ein leises Wimmern und noch mehr Geklirre von Glasscherben. »Wie viel Gurkenbeete da sein müssen,« dachte Alice. »Ich frage mich doch, was Sie tun werden. Mich zum Fenster hinausziehen? Ja, wenn Sie das nur könnten. Ich bliebe wahrlich nicht länger hier.« Sie wartete eine Zeit lang, ohne etwas zu hören. Dann endlich ertönte ein Rollen von kleinen Leiterwagen und ein Lärm von einer Menge Stimmen. Alle redeten durcheinander und sie verstand die Worte. »Wo ist die andere Leiter? Ich sollte ja nur eine bringen. Wabbel hat die andere. Wabbel, bringe sie her, Junge. Lehnen sie hier gegen diese Ecke. Nein, sie müssen erst zusammengebunden werden. Sie reichen nicht halb hinauf. Ach, was werden sie nicht reichen? Seid nicht so umständlich. Köpfe weg, ein lautes Krachen. Wessen Schuld war das? Wabbels glaube ich. Wer soll in den Schornstein steigen? Ich nicht, so viel ich weiß. Ich. Ihr aber doch nicht, Nicht ich, meiner treu. Wabbel kann hineinsteigen. Hier, Wabbel, der Herr sagt, du sollst in den Schornstein steigen. So, also Wabbel soll durch den Schornstein hereinkommen. Wirklich, sagte Alice zu sich selbst. Sie scheinen mir alles auf Wabbel zu schieben. Ich möchte um nichts auf der Welt an Wabbels Stelle sein. Der Kamin ist freilich eng, aber etwas werde ich wohl mit dem Fuße ausschlagen können. Sie zog ihren Fuß so weit herunter, wie sie konnte und wartete, bis sie ein kleines Tier, sie konnte nicht raten, was für eine Art es sei, in dem Schornstein kratzen und klettern hörte, und als es dicht über ihr war, sagte sie sich, dies ist Wabbel, tat einen kräftigen Tritt in die Höhe und wartete dann der Dinge, die da kommen würden. Zuerst hörte sie einen allgemeinen Chor, da fliegt Wabbel, dann die Stimme des Kaninchens, fangt ihn auf, ihr da bei der Hecke, darauf stillschweigend dann wieder verworrene Stimmen, haltet ihm den Kopf, etwas Brandweim, ersticke ihn doch nicht, wie geht's alter Kerl, was ist dir denn geschehen, erzähle uns alles. Zuletzt kam eine kleine, schwache, quiekende Stimme. Das ist Wabbel, dachte Alice, ich meinte es ja selbst nicht, keinen mehr, danke, ich bin schon viel besser, aber ich bin viel zu aufgeregt, um euch zu erzählen, ich weiß nur, da kommt ein Ding in die Höhe, wie ein Springteufel, und auf fliege ich wie eine Rakete. Ja, das hast du getan, alter Kerl, sagten die anderen. Wir müssen das Haus niederbrennen, rief das Kaninchen, aber da schrie Alice so laut sie konnte, wenn ihr das tut, werde ich Dina zu euch schicken. Sogleich entstand tiefes Schweigen, und Alice dachte, was sie jetzt wohl tun werden, wenn sie Menschenverstand hätten, würden sie das Dach abreißen. Nach einer oder zwei Minuten fingen sie wieder an sich zu rühren, und Alice hörte das Kaninchen sagen, eine Karre voll ist genug. Eine Karre voll was, dachte Alice, doch brauchte sie nicht lange zu rätseln, denn den nächsten Augenblick kam ein Schauer von kleinen Kieseln zum Fenster hereingeflogen, von denen ein paar sie gerade ins Gesicht trafen. Dem will ich ein Ende machen, sagte sie und schrie hinaus, das lasst mir gefälligst bleiben, worauf wieder tiefe Stille erfolgte. Alice bemerkte mit einigem Erstaunen, dass die Kiesel sich alle in kleine Kuchen verwandelten, als sie auf dem Boden lagen, und dies brachte sie auf einen glänzenden Gedanken. Wenn ich einen von diesen Kuchen esse, dachte sie, wird es gewiss meine Größe verändern, und da ich unmöglich noch mehr wachsen kann, so wird es mich wohl kleiner machen, sie schluckte sogleich einen kleinen Kuchen herunter und merkte zu ihrem Entzücken, dass sie sogleich schrumpfte. Sobald sie klein genug war, um durch die Tür zu gehen, rannte sie zum Hause hinaus und fand einen regelrechten Auflauf von kleinen Tieren und Vögeln davor. Die arme kleine Eidechse Wabbel war in der Mitte von zwei Meerschweinchen unterstützt, die ihm etwas aus einer Flasche gaben. Es stürzten sich alle auf Alice, sobald sie sich zeigte. Sie lief aber so schnell sie konnte davon und kam sicher in ein dichtes Gebüsch. Das Wichtigste, was ich nun zu tun habe, sagte Alice zu sich, während sie in dem Wäldchen umher wanderte, ist meine richtige Größe zu erlangen und das Zweite, den Weg zu dem wunderhübschen Garten zu finden, ja, das wird nett und einfach ausgedacht, die einzige Schwierigkeit war, dass sie nicht im geringsten wusste, wie sie ihn ausführen sollte, und während sie so ängstlich zwischen den Bäumen umherguckte, hörte sie plötzlich ein scharfes, feines Bellen, gerade über ihrem Kopfe und sah eilig auf. Ein ungeheuer großer, junger Hund sah mit seinen hervorstehenden runden Augen auf sie herab und machte einen schwachen Versuch, eine Pfote auszustrecken und sie zu berühren. Armes kleines Ding, sagte Alice in liebkosendem Ton, und sie gab sich alle Mühe, ihm zu pfeifen, dabei hatte sie aber große Sorge, ob er nicht hungrig wäre, denn dann würde er sie wahrscheinlich auffressen, trotz allen Liebkosungen. Ohne recht zu wissen, was sie tat, hob sie ein Stöckchen auf und hielt es ihm hin, worauf das ungeschickte Tierchen mit allen vier Füßen zugleich in die Höhe sprang, vor Entzücken laut aufbällte, auf das Stöckchen losrannte und tat, als wolle es es zerreißen. Da sprang Alice hinunter in eine große Distel, um nicht zertreten zu werden, und so wie sie auf der anderen Seite wieder hervorkam, lief der junge Hund wieder Alice, der es vorkam, als würde sie mit einem großen Pferd Hasche spielen und die jeden Augenblick fürchtete, unter seine Füße zu geraten, lief wieder hinter die Distel. Da machte der junge Hund eine Reihe von kurzen Anläufen auf das Stöckchen, wobei er jedes Mal ein klein wenig vorwärts und ein gutes Stück zurückrannte und sich heiser bellte, bis er sich zuletzt mit zum Maul heraushängender Zunge und halb geschlossenen Augen ganz außer Atem hinsetzte. Dies schien Alice eine gute Gelegenheit zu sein fortzukommen, sie machte sich also gleich davon und rannte, bis sie ganz müde war und keine Luft mehr hatte und bis das Bellen nur noch ganz schwach in der Ferne zu hören war. Und doch war es ein lieber kleiner Hund, sagte Alice, indem sie sich an eine Butterblume lehnte, um auszuruhen und sich mit einem der Blätter Luft zufächelte. Ich hätte ihnen gern Kunststücke gelehrt, wenn ich nur groß genug dazu gewesen wäre. Oh ja, das hatte ich beinahe vergessen, ich muss ja machen, dass ich wieder wachse. Lass mal sehen, wie fängt man es doch an? Ich dächte, ich sollte irgendetwas essen oder trinken, aber die Frage ist, was? Das war in der Tat die Frage. Alice blickte sich nach allen Blumen und Grashalmen um, aber gar nichts sah aus, als ob es das Richtige sei, dass sie unter den Umständen essen oder trinken müsse. In der Nähe wuchs ein großer Pilz, ungefähr so hoch wie sie, und nachdem sie ihn sich von unten, von beiden Seiten, rückwärts und vorwärts betrachtet oben darauf sei. Sie stellte sich also auf die Zehenspitzen und guckte über den Rand des Pilzes und sogleich begegnete ihr Blick dem einer großen blauen Raupe, die mit kreuzweise verschränkten Armen dasaß und ruhig aus einer großen Wasserpfeife rauchte, ohne die geringste Notiz von ihr noch sonst irgendetwas zu nehmen. Fünftes Kapitel Guter Rat von einer Raupe Die Raupe und Alice sahen sich eine Zeit lang schweigend an. Endlich nahm die Raupe die Wasserpfeife aus dem Mund und redete sie mit schläfriger langsamer Stimme an. Wer bist du? fragte die Raupe. Das war kein sehr ermutigender Anfang einer Unterhaltung. Alice antwortete etwas befangen. Ich weiß es nicht recht in diesem Augenblicke. Vielmehr ich weiß, wer ich heute früh war, als ich aufstand, aber ich glaube, ich muss seitdem ein paar Mal verwechselt worden sein. Was meinst du damit? fragte die Raupe streng. Erkläre dich deutlicher. Ich kann mich nicht deutlicher erklären, fürchte ich Raupe, sagte Alice, weil ich nicht ich bin, sehen sie wohl? Ich sehe nicht wohl, sagte die Raupe. Ich kann es wirklich nicht besser ausdrücken, erwiderte Alice sehr höflich, denn ich kann es selbst nicht begreifen und wenn man an einem Tag so oft klein und groß wird, wird man ganz verwirrt. Nein, das wird man nicht, sagte die Raupe. Vielleicht haben sie es noch nicht versucht, sagte Alice, aber wenn sie sich in eine Puppe verwandeln werden, das müssen sie über kurz oder lang wie sie wissen und dann in ein Schmetterling, das wird sich doch komisch anfühlen, nicht wahr? Durchaus nicht, sagte die Raupe. Sie fühlen sich wahrscheinlich anders, sagte Alice, so viel weiß ich, dass es mir sehr komisch vorkommen würde. Dir, sagte die Raupe verächtlich, wer bist du denn? Was sie wieder auf den Anfang der Unterhaltung zurückbrachte. Alice war etwas verärgert, dass die Raupe so sehr kurz angebunden war. Sie warf den Kopf in die Höhe und sprach sehr ernst. Ich dächte, sie sollten mir erst sagen, wer sie sind. Weshalb? fragte die Raupe. Das war wieder eine schwierige Frage, und da Alice kein guter Grund einfiel und die Raupe sehr schlechter Laune zu sein schien, so ging sie ihrer Wege. Komm zurück, rief ihr die Raupe nach, ich habe dir etwas Wichtiges zu sagen. Das klang sehr einladend. Alice kehrte wieder um und kam zu ihr zurück. Sei nicht so empfindlich, sagte die Raupe. Ist das alles? fragte Alice ihren Ärger so gut sie konnte verbergend. Nein, sagte die Raupe. Alice dachte, sie sollte doch warten, da sie nichts zu tun habe und vielleicht würde die Raupe ihr etwas sagen, dass der Mühe wert sei. Einige Minuten lang rauchte die Raupe ohne zu reden, aber zuletzt nahm sie die Wasserpfeife wieder aus dem Mund und sprach Du glaubst also, du bist verwandelt? Ich fürchte es fast Raupe, sagte Alice, ich kann nicht behalten wie sonst und ich werde alle zehn Minuten größer oder kleiner. Kannst welche Sachen nicht behalten, fragte die Raupe. Ach, ich habe versucht zu sagen bei einem Wirte und so weiter, aber es kam ganz anders, antwortete Alice in niedergeschlagenem Ton. Sage her, ihr seid alt, Vater Martin, sagte die Raupe. Alice faltete die Hände und fing an. Ihr seid alt, Vater Martin, so sprach Junkertropf, euer Haar ist schon lange ganz weiß, doch steht ihr so gerne noch auf dem Kopf, macht euch denn das nicht zu heiß? als als ich jung war der Vater zur antwort gab da glaubt ich fürs Hirn sei es nicht gut doch seit ich entdeckt dass ich gar keines hab so tu ich mit fröhlichem mut ihr seid alt sprach der Sohn wie vorhin schon gesagt und geworden ein gar dicker Mann drum sprecht wie ihr rücklinks den Purzelbaum schlagt potz tausend wie fangt ihr es nur an als ich jung war der alte mit Kopfschütteln sagt da rieb ich die glieder mir ein mit der salbe hier die sie geschmeidig macht für zwei groschen kurant ist sie dein ihr seid alt sprach der Bub und könnt nicht recht kauen und solltet euch nehmen in acht doch aßt ihr die ganz mit schnabel und klauen wie habt ihr das nur gemacht ich war früher jurist und hab viel disputiert besonders mit meiner Frau das hat so mir die Kinnbacken ein exerziert dass ich jetzt noch mit Leichtigkeit kau ihr seid alt sprach der Sohn und habt Spitz wie ist euch das nur geglückt drei antworten hast du und damit genug nun lasst mich kein Wort mehr hören du guck in die Welt hust über klug ich werd dich moris lehren das ist nicht richtig sagte die Raupe nicht ganz richtig glaube ich sagte Alice schüchtern manche Wörter sind anders gekommen es ist von Anfang bis zum Ende falsch sagte die Raupe mit Entschiedenheit worauf eine Pause von einigen Minuten eintrat die Raupe sprach zuerst wieder wie groß möchtest du gern sein fragte sie es kommt nicht so genau darauf an erwiderte Alice schnell nur dass viele wechseln ist nicht angenehm nicht wahr nein es ist nicht wahr sagte die Raupe Alice antwortete nichts es war ihr im Leben nicht so viel widersprochen worden und sie fühlte dass sie wieder anfing empfindlich zu werden bist du jetzt zufrieden sagte die Raupe etwas größer Frau Raupe wäre ich gern wenn ich bitten darf sagte Alice drei und einen halben zoll ist gar zu winzig es ist eine sehr angenehme größe finde ich sagte die Raupe zornig und richtete sich dabei in die Höhe sie war gerade drei zoll hoch aber ich bin nicht daran gewöhnt verteidigte sich die arme Alice in weinerlichem Ton bei sich dachte sie ich wünschte alle diese Geschöpfe nehmen einem nicht immer alle gleich alles übel du wirst dich mit der Zeit daran gewöhnen sagte die Raupe steckte ihre Wasserpfeife in den Mund und fing wieder an zu rauchen diesmal wartete Alice geduldig bis es ihr einfiele zu reden nach zwei oder drei Minuten nahm die Raupe die Wasserpfeife aus dem Mund gähnte ein bis zweimal und schüttelte sich dann kam sie von dem Pilze herunter kroch ins Gras hinein und bemerkte beim Weggehen die eine Seite macht dich größer die andere Seite macht dich kleiner eine Seite wovon die andere Seite wovon fragte sich Alice von dem Pilz sagte die Raupe gerade als hätte sie laut gefragt und im nächsten Augenblick war sie nicht mehr zu sehen Alice blieb ein Weilchen nachdenklich vor dem Pilz stehen um ausfindig zu machen welches seine beiden Seiten seien und da er vollkommen rund war so fand sie die Frage schwierig zu beantworten zuletzt aber umfasste sie ihn mit beiden Armen so weit sie herumreichte und brach mit jeder Hand etwas vom Rand ab nun aber welches ist das Richtige sprach sie zu sich und biss ein wenig von dem Stück in ihrer rechten Hand ab um die Wirkung auszuprobieren und im nächsten Augenblick fühlte sie einen heftigen Schmerz am Kinn denn es war an ihren Fuß angestoßen über diese plötzliche Verwandlung war sie sehr erschrocken aber es war keine Zeit zu verlieren da sie sehr schnell kleiner wurde sie machte sich also gleich daran etwas von dem anderen Stück zu essen ihr Kinn war so dicht an ihren Fuß gedrückt dass ihr kaum Platz genug blieb den Mund aufzumachen endlich aber gelang es ihr ein wenig von dem Stück in ihrer linken Hand abzubeißen ah endlich ist mein Kopf frei rief Alice mit Entzücken das sich jedoch im nächsten Augenblick in Angst verwandelte da sie merkte dass ihre Schultern nirgends zu finden waren als sie hinunter sah konnte sie weiter nichts erblicken als einen ungeheuer langen Hals der sich wie eine Stange aus einem Meer von grünen Blättern erhob das unter ihr lag was mag all das grüne Zeug sein fragte sich Alice und wo sind meine Schulter nur hingekommen und ach meine armen Hände wie kommt es dass ich euch nicht sehen kann sie griff bei diesen Worten um sich aber es erfolgte weiter nichts als eine kleine Bewegung in den entfernten grünen Blättern da es ihr nicht gelang die Hände zu ihrem Kopf zu heben so versuchte sie den Kopf zu ihnen hinunter zu bücken und fand zu ihrem Entzücken heraus dass sie ihren Hals in alle Richtungen biegen und wenden konnte wie eine Schlange sie hatte ihn gerade im Zickzack gewunden und wollte eben in das Blättermeer hinunter tauchen das wie sie sah durch die Gipfel der Bäume gebildet wurde unter denen sie noch eben herumgewandert eine große Taube kam ihr ins Gesicht geflogen und schlug sie heftig mit den Flügeln Schlange kreischte die Taube ich bin keine Schlange sagte Alice entrüstet lass mich in Ruhe Schlange sage ich wiederholte die Taube aber mit gedämpfter Stimme und fuhr schluchzend fort alles habe ich versucht und nichts ist ihnen genehm ich weiß gar nicht wovon du redest sagte Alice zwischen Baumwurzeln habe ich es versucht am Flussufer habe ich es versucht in Hecken habe ich es versucht sprach die Taube weiter ohne auf sie zu achten aber diese Schlangen nichts ist ihnen recht Alice verstand immer weniger aber sie dachte es sei unnütz etwas zu sagen bis die Taube fertig wäre als ob es nicht Mühe genug wäre die Eier aus zu brüten sagte die Taube da muss ich auch noch Tag und Nacht auf die Schlangen aufpassen kein Auge habe ich die letzten drei Wochen zugetan es tut mir sehr leid dass du so viel Ärger gehabt hast sagte Alice die zu verstehen anfing was sie meinte und gerade als ich mit den höchsten Baum im Wald ausgesucht habe fuhr die Taube mit erhobener Stimme fort und gerade als ich dachte ich wäre sie endlich los müssen sie sich sogar noch vom Himmel herunter winden pfui schlange aber ich bin keine schlange sage ich dir rief Alice ich bin ein ich bin ein nun was bist du denn fragte die Taube ich merke wohl dass du dir etwas ausdenken willst ich ich bin ein kleines Mädchen sagte Alice etwas unsicher da sie an die vielfachen Verwandlungen dachte die sie den Tag über schon durchgemacht hatte eine schöne Ausrede wahrhaftig sagte die Taube im Tone tiefster Verachtung ich habe mein Lebtag genug kleine Mädchen gesehen aber nie eine mit solch einem Hals nein nein du bist eine Schlange das kannst du nicht leugnen du wirst am Ende noch behaupten dass du noch nie ein Ei gegessen hast ich habe Eier gegessen freilich sagte Alice die ein sehr wahrheitsliebendes Kind war aber kleine Mädchen essen Eier ebenso gern gut wie Schlangen das glaube ich nicht sagte die Taube wenn sie es aber tun nun dann sind sie eine Art Schlangen so viel weiß ich das war etwas so Neues für Alice dass sie ein paar Minuten ganz still war die Taube nutzte die Gelegenheit und fuhr fort du suchst Eier das weiß ich nur zu gut und was kümmert es mich ob du ein kleines Mädchen oder eine Schlange bist aber mich kümmert es sehr sagte Alice schnell übrigens suche ich zufällig keine Eier und wenn ich es täte so würde ich deine nicht brauchen können ich esse sie nicht gern roh dann mach dass du fort kommst sagte die Taube verdrießlich indem sie sich in ihrem nest wieder zurecht setzte Alice duckte sich unter die Bäume so gut sie konnte denn ihr Hals verwickelte sich fortwährend in die Zweige und mehrere Male musste sie anhalten und ihn los machen nach einer Weile fiel es ihr wieder ein dass sie noch die beiden Stückchen Pilz in den Händen hatte und sie machte sich vorsichtig daran knabberte bald an dem einen bald an dem anderen und wurde abwechselnd größer und kleiner bis es ihr zuletzt gelang ihre normale Größe zu erlangen es war so lange her dass sie auch nur ungefähr ihre richtige Größe gehabt hatte dass es ihr erst ganz komisch vorkam aber nach einigen Minuten hatte sie sich daran gewöhnt und sprach mit sich selbst wie gewöhnlich schön nun ist mein Plan ausgeführt wie verwirrt man von dem vielen wechseln wird ich weiß nie wie ich im nächsten Augenblick sein werde doch jetzt habe ich meine richtige Größe nun kommt es darauf an in den schönen Garten zu gelangen wie kann ich das anstellen das möchte ich wissen wie sie dies sagte kam sie auf eine Lichtung mit einem Häuschen in der Mitte ungefähr vier Fuß hoch wer auch darin wohnen mag es geht nicht an dass ich so groß wie ich jetzt bin hineingehe sie würden vor Angst nicht wissen wohin also knabberte sie wieder an dem Stückchen in der rechten Hand und wagte sich nicht eher an das Häuschen heran bis sie auf neun Zoll geschrumpft war Sechstes Kapitel Ferkel und Pfeffer noch ein bis zwei Augenblicke stand sie und sah das Häuschen an ohne recht zu wissen was sie nun tun solle als plötzlich ein Lakaai in Livree vom Walde hergelaufen kam sie hielt ihn für einen Lakaain weil er Livree trug sonst nach seinem Gesichte zu urteilen hätte sie ihn für einen Fisch gehalten und mit den Knöcheln laut an die Tür klopfte sie wurde von einem anderen Lakaain in Livree geöffnet da ein rundes Gesicht und große Augen wie ein Frosch hatte und beide Lakaain hatten wie Alice bemerkte gepuderte Lockenperücken auf dem Kopf sie war sehr neugierig was nun geschehen würde und schlich sich etwas näher heran um zuzuhören der Fisch Lakaai fing damit an einen ungeheuren Brief beinahe so groß wie er selbst unter dem Arm hervorzuziehen diesen überreichte er dem anderen in feierlichem Ton sprechend für die Herzogin eine Einladung von der Königin Grocket zu spielen der Frosch Lakaai erwiderte in demselben feierlichen Ton in dem er nur die Reihenfolge der Wörter etwas veränderte von der Königin eine Einladung für die Herzogen Grocket zu spielen Dann verbeugten sich beide tief und ihre Locken verwickelten sich ineinander Darüber lachte Alice so laut dass sie in das Gebüsch zurücklaufen musste aus Furcht sie könnten sie hören und als sie wieder heraus guckte war der Fisch Lakaai fort und der andere saß auf dem Boden bei der Tür und blickte dumm in den Himmel hinauf Alice ging vorsichtig auf die Tür zu und klopfte klopfen sagte der Lakaai und das aus zweierlei Gründen erstens weil ich an derselben Seite von der Tür bin wie du und zweitens weil sie drinnen einen solchen Lärm machen dass man dich unmöglich hören kann und wirklich war ein ganz merkwürdiger Lärm drinnen zu hören ein fortwährendes Heulen und Niesen und von Zeit zu Zeit ein lautes Krachen als ob eine Schüssel oder ein Kessel zerbrochen wäre sagte Alice wie soll ich denn hineinkommen es wäre sinnvoll anzuklopfen fuhr der Lakaai fort ohne auf sie zu hören wenn wir die Tür zwischen uns hätten zum Beispiel wenn du drinnen wärst könntest du klopfen und ich könnte dich herauslassen nicht wahr er blickte die ganze Zeit über während er sprach in den Himmel hinauf was Alice wirklich sehr unhöflich fand aber vielleicht kann er nichts dafür dachte sie seine Augen sind so hoch oben auf seiner Stirn aber jedenfalls könnte er mir antworten wie soll ich denn hineinkommen wiederholte sie laut ich werde hier sitzen sagte der Lakaai bis morgen in diesem Augenblick ging die Tür auf und ein großer Teller kam herausgeflogen gerade auf den Kopf des Lakaien zu er streifte nur seine Nase und brach an einem der dahinterstehenden Bäume in Stücke oder übermorgen vielleicht sprach der Lakaai im selben Ton weiter als ob nichts vorgefallen wäre wie soll ich denn hineinkommen fragte Alice wieder lauter als vorher sollst du überhaupt hineinkommen fragte der Lakaai das das die erste Frage nicht wahr das war es allerdings nur ließ sich Alice das nicht gern sagen es ist wirklich schrecklich murmelte sie vor sich hin wie naseweiß alle diese Geschöpfe sind es macht einen ganz wirr der Lakaai schien dies für eine gute gelegenheit zu halten seine Bemerkung zu wiederholen und zwar mit Variation ich werde hier sitzen sagte er ab und an tage und tage lang was soll ich aber tun fragte Alice was dir gefällt sagte der Lakaai und fing an zu pfeifen es nützt zu nichts mit ihm zu reden sagte Alice außer sich er ist vollkommen blöde sie klingte die tür auf und ging hinein die tür führte geradewegs in eine große küche welche von einem ende bis zum anderen voller rauch war in der mitte saß auf einem dreibeinigen schemel die herzogin mit einem baby auf dem schoß die köchin stand über das feuer gebückt und rührte in einem großen kessel der voll suppe zu sein schien in der suppe ist gewiss zu viel pfeffer sagte Alice zu sich so gut sie vorniesen konnte es war auf alle fälle zu viel in der luft so sogar die herzogin niste hin und wieder was das baby anbelangt so nieste und schrie es abwechselnd ohne die geringste unterbrechung die beiden einzigen wesen in der küche die nicht niesten waren die köchin und eine große katze die vor dem herz saß und grinste so dass die mundwinkel bis an die ohren reichten wollen sie mir gütigst sagen fragte Alice etwas ängstlich denn sie wußte nicht recht ob es sich für sie schicke zuerst zu sprechen warum ihre katze so grinst es ist eine grinse katze sagte die herzogin darum verkel das letzte wort sagte sie mit solcher heftigkeit dass Alice auffuhr aber im nächsten augenblick sah sie dass es dem baby galt nicht ihr also fasste sie mut und redete weiter ich wusste nicht dass Katzen manchmal grinsen ja ich wusste nicht dass Katzen überhaupt grinsen können sie können es alle sagte die herzogin und die meisten tun es ich kenne keine die es tut sagte Alice sehr höflich da sie ganz froh war eine Unterhaltung begonnen zu haben du kennst noch nicht viel sagte die herzogin und das ist die Wahrheit Alice gefiel diese Bemerkung gar nicht und sie dachte darüber nach über welches andere thema sie sich unterhalten könnten während sie sich etwas passendes überlegte nahm die köchin den topf mit der suppe vom feuer und fing sogleich an alles was sie greifen konnte nach der herzogin und dem kind zu werfen die feuerzange kam zuerst dann folgte ein hagel von pfannen tellern und schüsseln die herzogin beachtete sie gar nicht auch wenn sie trafen und das kind heulte so laut dass es unmöglich war zu erkennen ob die treffer ihm wehtaten oder nicht oh bitte passen sie auf was sie tun rief Alice die in großer angst hin und her sprang oh seine liebe kleine Nase als eine besonders große Pfanne dicht daran vorbeiflog und sie beinahe traf wenn jeder nur vor seiner Tür kehren wollte brummte die Herzogin mit heiserer Stimme würde die Welt sich bedeutend schneller drehen als jetzt was kein Vorteil wäre sprach Alice die sich über die Gelegenheit freute ihr Wissen zu zeigen denken sie nur wie es Tag und Nacht in Unordnung bringen würde die Erde braucht doch jetzt vier und zwanzig Stunden sich um ihre Achse zu drehen was du redest von Axt sagte die Herzogin Hau ihr den Kopf ab Alice sah sich sehr erschrocken nach der Köchin um ob sie den Wink verstehen würde aber die Köchin rührte die Suppe unverwandt und schien nicht zuzuhören daher fuhr sie fort vier und zwanzig Stunden glaube ich oder sind es zwölf ich ach lass mich in Frieden sagte die Herzogin ich habe Zahlen nie ausstehen können und damit fing sie an ihr Kind zu wiegen und eine Art Schlaflied dazu zu singen wovon jeder Reim mit einem derben Puffe für das Kind endete schild deinen kleinen Jungen aus und schlag ihn wenn er niest er macht es gar so bunt und kraus nur weil es uns verdrießt und jetzt im Chor in welchen die Köchin und das Baby einfielen au 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 während die Herzogin die zweite Strophe des Liedes sang schaukelte sie das Kind so heftig auf und nieder und das arme kleine Ding schrie so dass Alice kaum die Worte verstehen konnte ich schelte meinen kleinen Wicht und schlag ihn wenn er niest ich weiß wie gern er pfeffer riecht wenn's ihm gefällig ist schr chr hier hier du kannst ihn ein weilschen halten wenn du willst sagte die Herzogin zu Alice indem sie ihr das Kind zu warf ich muss mich zurecht machen um mit der Königin Krocke zu spielen damit rannte sie aus dem Zimmer die Köchin warf ihr eine Bratpfanne nach doch sie verfehlte sie gerade so Alice hatte das Kind mit Mühe und Not aufgefangen da es ein kleines unförmiges Wesen war das seine Arme und Beinchen nach allen Seiten ausstreckte gerade wie ein Seestern dachte Alice das arme kleine Ding schnaufte wie eine Lokomotive als sie es fing und zog sich zusammen und streckte sich wieder aus so dass sie es die ersten paar Minuten gerade so halten konnte sobald sie aber die rechte Weise entdeckt hatte wie man es tragen musste die darin bestand es zu einer Art Knoten zu drehen und es dann fest beim rechten Ohr und linken Fuß zu fassen damit es sich nicht wieder aufwickeln konnte brachte sie es ins Freie wenn ich dieses Kind nicht mit mir nehme dachte Alice so werden sie es in wenigen Tagen umgebracht haben wäre laut und das kleine Geschöpf grunzte zur Antwort es hatte mittlerweile aufgehört zu niesen grunze nicht sagte Alice es passt gar nicht zu dir dich so auszudrücken der Junge grunzte wieder so dass Alice ihm ganz ängstlich ins Gesicht sah ob ihm etwas fehle er hatte ohne Zweifel eine sehr hervorstehende Nase eher eine Schnauze als eine wirkliche Nase auch seine Augen wurden entsetzlich klein für einen Jungen alles zusammengenommen gefiel Alice das Aussehen des Kindes gar nicht aber vielleicht hat es nur geweint dachte sie und sah ihm in die Augen ob da Tränen seien nein es waren keine Tränen da wenn du ein kleines Ferkel wirst höre mal sagte Alice sehr ernst so will ich nichts mehr mit dir zu schaffen haben das merke dir das arme kleine ding schluchzte oder grunzte es war unmöglich es zu unterscheiden und dann gingen sie eine Weile stillschweigend weiter Alice fing gerade an sich zu überlegen nun was soll ich mit diesem Geschöpf anfangen wenn ich es mit nach Hause bringe als es wieder grunzte so laut dass Alice erschrocken nach ihm hinsah diesmal konnte sie sich nicht mehr irren es war nicht mehr oder weniger als ein Ferkel und sie sah dass es höchst lächerlich für sie wäre es noch weiter zu tragen sie setzte also das kleine den kinn und war ganz froh als sie es ruhig wieder in den Wald traben sah das wäre in einigen Jahren ein furchtbar hässliches Kind geworden aber als Ferkel macht es sich recht nett finde ich und so dachte sie an alle Kinder die sie kannte die gute kleine Ferkel abgeben würden und sie sagte gerade zu sich und wenn man nur die rechten Mittel wüsste sie zu verwandeln als sie einen Schreck bekam die Grinse Katze saß nämlich wenige Fuß vor ihr auf einem Ast die Katze grinste nur als sie Alice sah sie sieht gutmütig aus dachte diese aber sie hatte doch sehr lange Krallen und eine Menge Zähne Alice fühlte dass sie sie rücksichtsvoll behandeln müsse Grinse Mietz fing sie etwas ängstlich an da sie nicht wusste ob ihr der Name gefallen würde jedoch grinste die Katze noch etwas breiter schön so weit gefällt es ihr dachte Alice und sprach weiter willst du mir wohl sagen wenn ich bitten darf welchen Weg ich hier nehmen muss das hängt zum guten Teil davon ab wohin du gehen willst sagte die Katze es kommt mir nicht darauf an wohin sagte Alice dann kommt es auch nicht darauf an welchen Weg du nimmst sagte die Katze wenn ich nur irgendwo hinkomme fügte Alice als Erklärung hinzu andere andere Pfote schwenkend wohnt ein Fasel Hase besuche welchen du willst sie sind beide verrückt aber ich mag nicht zu verrückten Leuten gehen bemerkte Alice das kannst du nicht ändern sagte die Katze wir sind alle verrückt hier ich bin verrückt du bist verrückt woher weißt du dass ich verrückt bin sagte Alice du musst es sein sagte die Katze sonst wärest du nicht her gekommen Alice fand durchaus nicht dass das ein Beweis sei sie fragte jedoch weiter und woher weißt du dass du verrückt bist zu aller erst sagte die Katze ein Hund ist nicht verrückt das gibst du zu zugestanden sagte Alice nun gut fuhr die Katze fort nicht wahr ein Hund knurrt wenn er böse ist und wedelt mit dem Schwanz wenn er sich freut ich hingegen knurre wenn ich mich freue und wedle mit dem Schwanz wenn ich ärgerlich bin daher bin ich verrückt ich nenne es schnurren nicht knurren sagte Alice nenne es wie du willst sagte die Katze spielst du heut Kroket mit der Königin ich möchte es sehr gern sagte Alice aber ich bin noch nicht eingeladen worden du wirst mich dort sehen sagte die Katze und verschwand Alice wunderte sich nicht sehr darüber sie war so daran gewöhnt dass sonderbare Dinge geschahen während sie noch zu der Stelle hinsah wo die Katze gesessen hatte erschien sie plötzlich wieder übrigens was ist aus dem Jungen geworden sagte die Katze ich hätte beinahe vergessen zu fragen er ist ein Ferkel geworden antwortete Alice sehr ruhig gerade als wäre die Katze auf gewöhnliche weise zurückgekommen das dachte ich wohl sagte die Katze und verschwand wieder Alice wartete noch etwas fast erwartend sie wieder erscheinen zu sehen aber sie kam nicht und ein paar Minuten später ging sie in die Richtung wo der Faselhase wohnen sollte Hutmacher habe ich schon gesehen sprach sie zu sich der Faselhase wird viel interessanter sein wie sie so sprach blickte sie auf und da saß die Katze wieder auf einem Ast sagtest du Ferkel oder Fächer fragte sie ich sagte Ferkel antwortete Alice und es wäre mir sehr lieb wenn du nicht immer so schnell erscheinen und wieder verschwinden würdest du machst einen ganz schwindelig schon gut sagte die Katze und diesmal verschwand sie ganz langsam wobei sie mit der Schwanzspitze anfing und mit dem Grinsen aufhörte das noch einige Zeit sichtbar blieb nachdem das übrige schon verschwunden war ich habe oft eine Katze ohne Grinsen gesehen dachte Alice aber ein Grinsen ohne Katze so etwas merkwürdiges habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen sie brauchte nicht weit zu gehen da erblickte sie das Haus des Faselhasen sie dachte es müsse das richtige Haus sein weil die Schornsteine wie Ohren geformt waren und das Dach war mit Pelz bedeckt es war ein so großes Haus dass ehe sie sich näher heran wagte sie ein wenig von dem Stück Pilz in ihrer linken Hand abknabberte und bis zu einer Größe von zwei Fuß heran wuchs trotzdem näherte sie sich etwas ängstlich und zu sich sagend wenn er nur nicht ganz verrückt ist wäre ich doch lieber zu dem Hutmacher gegangen siebentes Kapitel Die verrückte Teegesellschaft Vor dem Haus stand ein gedeckter Teetisch an welchem der Faselhase und der Hutmacher saßen Ein Murmeltier saß zwischen ihnen fest eingeschlafen und die beiden anderen benutzten es als Kissen um ihre Ellbogen darauf zu stützen und redeten über seinen Kopf hinweg miteinander Sehr unbequem für das Murmeltier dachte Alice Nun da es schläft wird es sich wohl nichts daraus machen Der Tisch war groß aber die drei saßen dicht zusammengedrängt an einer Ecke Kein Platz kein Platz riefen sie sobald sie Alice kommen sahen Über herzusetzen, sagte der Faselhase. Ich wusste nicht, dass es dein Tisch ist. Er ist für viel mehr als drei gedeckt. Dein Haar muss geschnitten werden, sagte der Hutmacher. Er hatte Alice eine Zeit lang mit großer Neugier angesehen, und dies waren seine ersten Worte. Du solltest keine persönlichen Bemerkungen machen, sagte Alice mit einer gewissen Strenge. Es ist sehr grob. Der Hutmacher riss die Augen weit auf, als er dies hörte, aber er sagte weiter nichts als, warum ist ein Rabe wie ein Reitersmann? Ei, jetzt wird es Spaß geben, dachte Alice. Ich bin so froh, dass sie anfangen, Rätsel aufzugeben. Äh, ich glaube, dass ich das erraten kann, fuhr sie laut fort. Meinst du, dass du die Antwort dazu finden kannst, fragte der Faselhase. Ja, natürlich, sagte Alice. Dann solltest du sagen, was du meinst, sprach der Hase weiter. Das tue ich ja, warf Alice schnell ein. Wenigstens, ähm, wenigstens, ähm, meine ich, was ich sage, und das ist dasselbe. Nicht im geringsten dasselbe, sagte der Hutmacher. Wie, du könntest ebenso gut behaupten, dass ich sehe, was ich esse, dasselbe ist, wie ich esse, was ich sehe. Du könntest auch behaupten, fügte der Faselhase hinzu. Ich mag, was ich kriege, sei dasselbe, wie ich kriege, was ich mag. Du könntest ebenso behaupten, fiel das Murmeltier ein, das im Schlafe zu sprechen schien. Ich atme, wenn ich schlafe, sei dasselbe, wie ich schlafe, wenn ich atme. Es ist dasselbe bei dir, sagte der Hutmacher, und damit endete die Unterhaltung, und die Gesellschaft saß einige Minuten schweigend da, während Alice alles durchdachte, was sie je von Raben und Reitersmännern gehört hatte, und das war nicht viel. Der Hutmacher brach das Schweigen zuerst. »Den wievielsten haben wir heute?«, fragte er sich an Alice wendend. Er hatte seine Uhr aus der Tasche genommen, sah sie unruhig an, schüttelte sie hin und her und hielt sie ans Ohr. Alice dachte ein wenig nach und sagte, »Den vierten!« »Um zwei Tage falsch«, seufzte der Hutmacher. »Ich sagte dir ja, dass Butter das Uhrwerk verderben würde«, setzte er hinzu, indem er den Faselhasen ärgerlich ansah. »Es war die beste Butter«, sagte der Faselhase demütig. »Ja, aber es müssen ein paar Krümel mit hineingeraten sein«, brummte der Hutmacher, »du hättest sie nicht mit dem Brotmesser hineintun sollen.« Der Faselhase nahm die Uhr und betrachtete sie trübselig, dann tunkte er sie in seine Tasse Tee und betrachtete sie wieder, aber es fiel ihm nichts Besseres ein als seine erste Bemerkung. »Es war wirklich die beste Butter«. Alice hatte ihm neugierig über die Schultern gesehen. »Was für eine komische Uhr«, sagte sie, »sie zeigt das Datum und nicht, wie viel Uhr es ist.« »Warum sollte weh«, brummte der Faselhase. »Zeigt deine Uhr, welches Jahr es ist?« »Natürlich nicht«, antwortete Alice schnell, »weil es so lange hintereinander, dasselbe Jahr bleibt.« »Und so ist es auch mit meiner«, sagte der Hutmacher. Alice war ganz verwirrt. Die Erklärung des Hutmachers schien gar keinen Sinn zu haben, und doch waren es deutlich gesprochene Worte. »Ich verstehe dich nicht ganz«, sagte sie so höflich sie konnte. »Das Murmeltier schläft schon wieder«, sagte der Hutmacher und goss ihm etwas heißen Tee auf die Nase. Das Murmeltier schüttelte den Kopf und sagte, ohne die Augen aufzutun, »freilich, freilich, das wollte ich eben auch bemerken.« »Hast du das Rätsel schon erraten?«, wandte sich der Hutmacher an Alice. »Nein, ich gebe es auf«, antwortete Alice. »Was ist die Antwort?« »Davon habe ich nicht die leiseste Ahnung«, sagte der Hutmacher. »Ich auch nicht«, sagte der Faselhase. Alice seufzte verstimmt. »Ich dachte, ihr könntet die Zeit besser nutzen«, sagte sie, »als mit Rätseln, die keine Auflösung haben.« »Wenn du die Zeit so gut kennen würdest wie ich«, sagte der Hutmacher, »würdest du nicht davon reden, wie wir sie nutzen sollen, sondern wie sie uns nutzt.« »Ich weiß nicht, was du meinst«, sagte Alice. »Natürlich kannst du das nicht wissen«, sagte der Hutmacher, indem er den Kopf verächtlich in die Höhe warf. »Du hast wahrscheinlich nie mit der Zeit gesprochen.« »Ich glaube kaum«, erwiderte Alice vorsichtig. »Aber Mama sagte gestern, ich sollte zu meiner kleinen Schwester gehen und ihr die Zeit vertreiben.« »So? Das wird sie dir schön übel genommen haben. Sie lässt sich nicht gern vertreiben. Aber wenn man sich gut mit ihr stellt, so tut sie einem beinahe jeden Gefallen mit der Uhr. Zum Beispiel, nimm den Fall. Es wäre neun Uhr morgens. Gerade Zeit, deinen Unterricht zu beginnen. Du brauchtest der Zeit, nur den kleinsten Wink zu geben.« »Schnrrrrr«, dreht sich der Zeiger weiter, und ehe du dich versiehst, halb zwei, Essenszeit.« »Ich wünschte, das wäre es«, sagte der Faselhase leise für sich. »Das wäre wirklich famos«, sagte Alice gedankenvoll. »Aber dann würde ich nicht hungrig genug sein, nicht wahr?« »Zuerst vielleicht nicht«, antwortete der Hutmacher, »aber es würde so lange halb zwei bleiben, wie du wolltest.« »So macht ihr es wohl hier?«, fragte Alice. Der Hutmacher schüttelte traurig den Kopf. »Ich nicht«, sprach er. »Wir haben uns vorige Ostern gestritten, kurz ehe er verrückt wurde, du weißt doch«, mit seinem Teelöffel auf den Faselhasen zeigend. »Es war bei dem großen Konzert, das die Herzkönigin gab. Ich musste singen.« »O Papagei, o Papagei, wie grün sind deine Federn«. »Vielleicht kennst du das Lied?« »Ich habe etwas Ähnliches gehört«, sagte Alice. »Es geht weiter«, fuhr der Hutmacher fort. »Du grünst nicht nur zur Friedenszeit, auch wenn es Teller und Töpfe schneit, o Papagei, o Papagei«, hier schüttelte sich das Murmeltier und fing im Schlaf an zu singen. »O Papagei, o Mamagei, o Papagei, o Mamagei«, in einem Wort, sodass sie es zuletzt kneifen mussten, damit es nur aufhöre. »Denke dir, ich hatte kaum den ersten Vers fertig«, sagte der Hutmacher, als die Königin ausrief, »abscheulich, der Mensch schlägt geradezu die Zeit tot mit seinem Geplärre. Aufgehängt soll er werden.« »Wie furchtbar grausam«, rief Alice. »Und seitdem«, sprach der Hutmacher traurig weiter, »hat sie mir nie einen Gefallen tun wollen, die Zeit. Es ist nun immer sechs Uhr.« Dies brachte Alice auf einen klugen Gedanken. »Darum sind wohl so viele Tassen hier aufgestellt«, fragte sie. »Ja, darum«, sagte der Hutmacher mit einem Seufzer. »Es ist immer Teestunde und wir haben keine Zeit, die Tassen dazwischen aufzuwaschen.« »Dann rückt ihr wohl herum«, sagte Alice. »So ist es«, sagte der Hutmacher, »wenn die Tassen genug gebraucht sind.« »Aber wenn ihr wieder an den Anfang kommt«, wagte Alice zu fragen. »Wir wollen jetzt von etwas anderem reden«, unterbrach sie der Faselhase gähnend. »Dieses Thema finde ich langweilig. Ich schlage vor, die junge Dame erzählt eine Geschichte.« »Ich weiß leider keine«, rief Alice ganz bestürzt über diesen Vorschlag. »Dann soll das Murmeltier erzählen«, riefen beide. »Wache auf, Murmeltier«. Dabei kniffen sie es gleichzeitig von beiden Seiten. Das Murmeltier machte langsam die Augen auf. »Ich habe nicht geschlafen«, sagte es mit heiserer, schwacher Stimme. »Ich habe jedes Wort gehört, das ihr Jungen gesagt habt.« »Erzähle uns eine Geschichte«, sagte der Faselhase. »Ach ja, sei so, gut«, bat Alice. »Und mach schnell«, fügte der Hutmacher hinzu, »sonst schläfst du ein, ehe sie zu Ende ist.« »Es waren einmal drei kleine Schwestern«, fing das Murmeltier eilig an. »Sie hießen Else, Lacey und Tilly und lebten tief unten in einem Brunnen.« »Wovon lebten sie?«, fragte Alice, die sich immer sehr für Essen und Trinken interessierte. »Sie lebten von Sirup«, antwortete das Murmeltier, nachdem es sich eine Minute besonnen hatte. »Das konnten Sie ja aber nicht«, bemerkte Alice schüchtern, »da wären Sie ja krank geworden.« »Das wurden Sie auch«, sagte das Murmeltier, »sehr krank.« Alice versuchte sich vorzustellen, wie eine so außergewöhnliche Art zu leben wohl sein möchte, aber es kam ihr zu kurios vor und sie musste wieder fragen. »Aber warum lebten sie unten in dem Brunnen?« »Willst du nicht ein wenig mehr Tee?«, sagte der Faselhase sehr ernsthaft zu Alice. »Ein wenig mehr? Ich habe noch keinen gehabt«, antwortete Alice etwas empfindlich, »also kann ich nicht noch mehr trinken.« »Du meinst, du kannst nicht weniger trinken«, sagte der Hutmacher, »es ist sehr leicht, mehr als keinen zu trinken.« »Niemand hat dich um deine Meinung gefragt«, sagte Alice. »Wer macht denn nun persönliche Bemerkungen?«, rief der Hutmacher triumphierend. Alice wusste nicht recht, was sie darauf antworten sollte. Sie nahm sich daher etwas Tee und Butterbrot und dann wandte sie sich an das Murmeltier und wiederholte ihre Frage. »Warum lebten Sie in einem Brunnen?« Das Murmeltier dachte einen Augenblick nach und sagte dann, »Es war ein Sirupbrunnen.« »Den gibt es nicht«, fing Alice sehr ärgerlich an, aber der Hutmacher und Faselhase machten beide »Scht, scht« und das Murmeltier bemerkte brummend, »Wenn du nicht höflich sein kannst, kannst du die Geschichte selber fertig erzählen.« »Nein, bitte erzähle weiter«, sagte Alice ganz bescheiden. »Ich will dich nicht wieder unterbrechen. Es wird wohl einen geben.« »Einen? Wirklich«, sagte das Murmeltier entrüstet, doch ließ es sich zum Weitererzählen bewegen. »Also, die drei kleinen Schwestern, sie lernten zeichnen, müsst ihr wissen.« »Was zeichneten sie?«, sagte Alice ihr Versprechen ganz vergessend. »Sirup«, sagte das Murmeltier diesmal ganz ohne zu überlegen. »Ich brauche eine saubere Tasse«, unterbrach der Hutmacher. »Wir wollen alle einen Platz weiterrücken.« Er rückte, als er das sagte, und das Murmeltier folgte ihm. Der Faselhase rückte an den Platz des Murmeltiers und Alice nahm, obgleich etwas ungern, den Platz des Faselhasen ein. Der Hutmacher war der Einzige, der einen Vorteil von diesem Wechsel hatte, und Alice hatte es viel schlimmer als zuvor, da der Faselhase eben den Milchtopf über seinen Teller umgestoßen hatte. Alice wollte das Murmeltier nicht wieder beleidigen und fing daher sehr vorsichtig an. »Aber ich verstehe nicht. Wie konnten sie den Sirup zeichnen?« »Als ob nicht alle Sirup gezeichnet wäre, den man vom Kaufmann holt«, sagte der Hutmacher. »Hast »Feinste Qualität, allerfeinste Qualität, superfeine Qualität, oh, du kleiner Dummkopf.« »Wie gesagt«, fuhr das Murmeltier fort, »lernten sie zeichnen.« »Uch«, hier gähnte es und rieb sich die Augen, denn es fing an, sehr schläfrig zu werden. »Und sie zeichneten allerlei.« »Alles, was mit »« anfängt.« »Warum mit »«, »M«, fragte Alice. »Warum nicht«, sagte der Faselhase. Alice war still. Das Murmeltier hatte mittlerweile die Augen zugemacht und war halb eingeschlafen. Aber als der Hutmacher es zwickte, wachte es mit einem leisen Schrei auf und sprach weiter. »Was mit »« anfängt, wie »M«, »Mause fallen und den Mond, Mangel und manches Mal.« »Ihr wisst, man sagt, ich habe das »manches liebe Mal« getan. Hast du je »manches liebe Mal« gezeichnet gesehen?« »Wirklich, dass du mich so etwas fragst«, sagte Alice ganz verwirrt. »Ich denke kaum.« »Dann solltest du auch nicht reden«, sagte der Hutmacher. Dies war zu viel für Alice. Sie stand ganz beleidigt auf und ging fort. Das Murmeltier schlief augenblicklich wieder ein und die beiden anderen beachteten ihr Fortgehen nicht, obgleich sie sich ein paar Mal umsah, halb in der Hoffnung, dass sie sie zurückrufen würden. Als sie sie zuletzt sah, versuchten sie, das Murmeltier in die Teekanne zu stecken. »Auf keinen Fall will ich da je wieder hingehen«, sagte Alice, während sie sich einen Weg durch den Wald suchte. »Es war die dümmste Teegesellschaft, bei der ich in meinem ganzen Leben war.« Während sie so sprach, bemerkte sie, dass einer der Bäume eine kleine Tür hatte. »Das ist höchst komisch«, dachte sie, »aber alles ist heute komisch. Ich will lieber gleich hineingehen.« »Wie gesagt, so getan«, und sie befand sich wieder in dem langen Korridor und dicht bei dem kleinen Glastisch. »Diesmal will ich es gescheiter anfangen«, sagte sie sich selbst, nahm das goldene Schlüsselchen und schloss die Tür auf, die in den Garten führte. Sie machte sich daran, an den Pilz zu knabbern. Sie hatte ein Stückchen in der Tasche behalten, bis sie ungefähr einen Fuß hoch war. Dann ging sie den kleinen Gang hinunter, und dann war sie endlich in dem schönen Garten, mit den prunkvollen Blumenbeeten und kühlen Springbrunnen. »Achtes Kapitel«, das Krocketfeld der Königin. Ein großer, hochstämmiger Rosenstrauch stand nahe beim Eingang, »die Rosen, die daran wuchsen, waren weiß, aber drei Gärtner waren damit beschäftigt, sie rot zu malen.« Alice kam dies sonderbar vor, und als sie näher herantrat, um ihnen zuzusehen, hörte sie einen von ihnen sagen, »Nimm nicht in acht, Fünf, bespritze mich nicht so mit Farbe.« »Ich konnte nicht dafür«, sagte Fünf in verdrießlichem Ton, »Sieben hat mich an den Ellbogen gestoßen«, worauf Sieben aufsah und sagte, »Rechts, so Fünf, schiebe immer die Schuld auf andere Leute.« »Du sei nur ganz still«, sagte Fünf, »gestern erst hörte ich die Königin sagen, du verdientest geköpft zu werden.« »Wofür?«, fragte der, welcher zuerst gesprochen hatte. »Das geht dich nichts an, Zwei«, sagte Sieben. »Doch, es geht ihn etwas an«, sagte Fünf, »und ich werde es ihm sagen, dafür, dass er dem Koch Tulpenzwiebeln statt Küchenzwiebeln gebracht hat.« Sieben warf seinen Pinsel hin und hatte eben angefangen, »ist je eine ungerechte Anschuldigung«, als sein Blick zufällig auf Alice fiel, die ihnen zuhörte. Er hielt plötzlich inne, die anderen sahen sich auch um, und sie verbeugten sich alle tief. »Wollen Sie so gut sein, mir zu sagen«, sprach Alice etwas ängstlich, »warum Sie diese Rosen anmalen?« Fünf und Sieben antworteten nichts, sahen aber zwei an. Zwei fing mit leiser Stimme an. »Um die Wahrheit zu gestehen, Fräulein, dies hätte hier ein roter Rosenstrauch sein sollen, und wir haben aus Versehen einen Weißen gepflanzt, und wenn die Königin es herausfinden würde, würden wir alle geköpft werden, müssen Sie wissen. So, sehen Sie, Fräulein, versuchen wir, so gut es geht, ehe sie kommt«, in dem Augenblick rief Fünf, der ängstlich den Garten beobachtet hatte, »die Königin, die Königin«, und die drei Gärtner warfen sich sogleich flach auf dem Boden. Man hörte viele Schritte, und Alice blickte neugierig hin, die Königin zu sehen. Zuerst kamen zehn Soldaten, mit Keulen bewaffnet. Sie hatten alle dieselbe Gestalt wie die Gärtner, rechteckig und flach, und an den vier Ecken waren die Hände und Füße. Danach kamen zehn Herren vom Hofe. Sie waren über und über mit Karus behängt und gingen paarweise, wie die Soldaten. Nach diesen kamen die königlichen Kinder, es waren ihrer zehn, und die lieben Kleinen kamen lustig, Hand in Hand, paarweise gesprungen. Sie waren ganz mit Herzen geschmückt. Darauf kamen die Gäste, meist Könige und Königinnen, und unter ihnen erkannte Alice das weiße Kaninchen. Es unterhielt sich in etwas eiliger und aufgeregter Weise, lächelte bei allem, was gesagt wurde, und ging vorbei, ohne sie zu bemerken. Darauf folgte der Herzbube, der die königliche Krone auf einem roten Samtkissen trug, und zuletzt in diesem großartigen Zug kamen der Herzkönig und die Herzkönigin. Alice wusste nicht recht, ob sie sich nicht auch flach auf dem Boden legen müsse wie die drei Gärtner, aber sie konnte sich nicht erinnern, je von einer solchen Sitte bei Festzügen gehört zu haben. Und außerdem, wozu gäbe es überhaupt Festzüge, dachte sie, wenn alle Leute flach auf dem Boden liegen müssten, sodass sie sie nicht sehen könnten. Sie blieb also stehen, wo sie war, und wartete. Als der Zug bei ihr angekommen war, blieben alle stehen und sahen sie an. Und die Königin fragte streng, »Wer ist das?« Sie hatte den Herzbuben gefragt, der statt einer Antwort nur lächelte und Kratzfüße machte. »Schafskopf«, sagte die Königin, den Kopf ungeduldig zurückwerfend und zu Alice gewandt, fuhr sie fort. »Wie heißt du, Kind?« »Mein Name ist Alice, euer Majestät«, sagte Alice sehr höflich, aber sie dachte, »Ach was, es ist ja nur ein Kartenspiel, ich brauche mich nicht vor Ihnen zu fürchten.« »Und wer sind diese drei?« fuhr die Königin fort, indem sie auf die drei Gärtner zeigte, die bei dem Rosenstrauch lagen. Denn natürlich, da sie auf dem Gesicht lagen und das Muster auf ihrer Rückseite dasselbe war wie bei dem ganzen Kartenspiel, so konnte sie nicht wissen, ob es Gärtner oder Soldaten oder Herren vom Hofe oder drei von ihren eigenen Kindern waren. »Woher soll ich das wissen?« sagte Alice, indem sie sich selber über ihren Mut wunderte. »Es ist nicht meine Angelegenheit.« Die Königin wurde pur pur rot vor Wut, und nachdem sie sie einen Augenblick wie ein wildes Tier angestarrt hatte, fing sie an zu brüllen. »Ihren Kopf ab! Ihren Kopf!« »Unsinn!« sagte Alice sehr laut und bestimmt, und die Königin war still. Der König legte seine Hand auf ihren Arm und sagte milde, »Bedenke, meine Liebe, es ist nur ein Kind.« Die Königin wandte sich ärgerlich von ihm ab und sagte zu dem Buben, »Dreh sie um!« Der Bube tat es, sehr sorgfältig, mit einem Fuß. »Steht auf!« schrie die Königin mit durchdringender Stimme, und die drei Gärtner sprangen sogleich auf und fingen an, sich vor dem König, der Königin, den königlichen Kindern und jeder Mann zu verneigen. »Lass das sein!« ereiferte sich die Königin. »Mir wird ganz schwindelig!« Und dann, sich nach dem Rosenstrauch umdrehend, fuhr sie fort, »Was habt ihr hier getan?« »Eine Majestät«, sagte zwei in sehr demütigem Ton und sich auf ein Knie niederlassend, »Wir haben versucht.« »Ich sehe«, sagte die Königin, die unterdessen die Rosen untersucht hatte. »Ihre Köpfe ab!« Und der Zug bewegte sich fort, während drei von den Soldaten zurückblieben, um die unglücklichen Gärtner zu enthaupten, welche zu Alice liefen und sie um Schutz baten. »Ihr sollt nicht getötet werden!« sagte Alice, und damit steckte sie sie in einen großen Blumentopf, der in der Nähe stand. Die drei Soldaten gingen ein Weilchen hier und dorthin, um sie zu suchen, und dann schlossen sie sich ruhig wieder den anderen an. »Sind Ihre Köpfe gefallen?« schrie die Königin sie an. »Ihre Köpfe sind fort, euer Majestätbefehl«, schrien die Soldaten als Antwort. »Das ist gut«, schrie die Königin. »Kannst du Crockett spielen?« Die Soldaten waren still und sahen Alice an, da die Frage augenscheinlich an sie gerichtet war. »Ja«, schrie Alice. »Dann komm mit«, brüllte die Königin, und Alice schloss sich dem Zuge an, sehr neugierig, was nun geschehen werde. »Es ist, es ist ein sehr schöner Tag«, sagte eine schüchterne Stimme neben ihr. Sie ging neben dem weißen Kaninchen, das ihr ängstlich ins Gesicht sah. »Sehr«, sagte Alice, »wo ist die Herzogin?« »Still, still«, sagte das Kaninchen in einem leisen, schnellen Ton. Es sah dabei ängstlich über seine Schulter, stellte sich dann auf die Zehenspitzen, hielt den Mund dicht an Alice' Ohr und wisperte. »Sie ist zum Tode verurteilt.« »Wofür?«, fragte diese. »Sagtest du die Schade?«, fragte das Kaninchen. »Nein, das sagte ich nicht«, sagte Alice. »Ich finde gar nicht, dass es schade ist. Ich sagte, wofür?« »Sie hat der Königin eine Ohrfeige gegeben«, fing das Kaninchen an. Alice lachte laut. »Oh, still«, flüsterte das Kaninchen sehr erschreckt. »Die Königin wird dich hören.« Und die Königin donnerte, »Macht, dass ihr an eure Plätze kommt!« Und alle fingen an, in allen Richtungen durcheinander zu laufen, wobei einer über den anderen stolperte. Jedoch nach ein bis zwei Minuten waren sie in Ordnung und das Spiel fing an. Alice dachte, dass sie so ein merkwürdiges Crockettfeld in ihrem Leben noch nicht gesehen habe. Es war voller Erhöhungen und Furchen. Die Kugeln waren lebendige Igel und die Schläger lebendige Flamingos und die Soldaten mussten sich umbiegen und auf Händen und Füßen stehen, um die Tore zu bilden. Die Hauptschwierigkeit, die Alice zuerst fand, war, den Flamingo zu handhaben. Sie konnte zwar ziemlich bequem seinen Körper unter ihrem Arm festhalten, sodass die Füße herunterhingen, aber wenn sie gerade seinen Hals schön ausgestreckt hatte und dem Igel nun einen Schlag mit seinem Kopf geben wollte, so richtete er sich auf und sah ihr mit einem so verdutzten Ausdruck ins Gesicht, dass sie nicht anders konnte, als laut zu lachen. Wenn sie nun seinen Kopf heruntergebogen hatte und eben wieder anfangen wollte zu spielen, so fand sie zu ihrem großen Verdruss, dass der Igel sich aufgerollt hatte und eben fortkroch. Außerdem war gewöhnlich eine Erhöhung oder eine Furche gerade da im Weg, wo sie den Igel hinrollen wollte, und da die umgebogenen Soldaten fortwährend aufstanden und an eine andere Stelle des Grasplatzes gingen, so gelangte Alice bald zu der Überzeugung, dass es wirklich ein sehr schweres Spiel sei. Die Spieler spielten alle zugleich, ohne zu warten, bis sie an der Reihe waren. Dabei stritten sie sich immerfort und zankten um die Igel, und in sehr kurzer Zeit war die Königin ungeheuer wütend, stampfte mit den Füßen und schrie »Schlagt ihm den Kopf ab« oder »Schlagt ihr den Kopf ab« ungefähr einmal jede Minute. Alice fing an, sich sehr unbehaglich zu fühlen. Sie hatte zwar noch keinen Streit mit der Königin gehabt, aber sie wusste, dass sie keinen Augenblick sicher davor war. Und was, dachte sie, würde dann aus mir werden. Die Leute hier scheinen schrecklich gern zu köpfen. Es ist das größte Wunder, dass überhaupt noch welche am Leben geblieben sind. Sie sah sich nach einem Fluchtweg um und überlegte, ob sie sich wohl, ohne gesehen zu werden, fortschleichen könne, als sie eine merkwürdige Erscheinung in der Luft wahrnahm. Sie schienen ihr zuerst ganz rätselhaft, aber nachdem sie sie ein paar Minuten beobachtet hatte, erkannte sie, dass es ein Grinsen war. Und sie dachte, es ist die Grinsekatze. Jetzt habe ich jemanden, mit dem ich sprechen kann. »Wie geht es dir?« sagte die Katze, sobald Schnäuzchen genug da war, um damit zu sprechen. Alice wartete, bis die Augen erschienen und nickte ihr zu. »Es nützt nichts, mit ihr zu reden«, dachte sie, »bis ihre Ohren zu sehen sind oder wenigstens eins.« Im nächsten Augenblick erschien der ganze Kopf. Da setzte Alice ihren Flamingo ab und fing ihren Bericht von dem Spiel an, sehr froh, dass sie jemanden zum Zuhören hatte. Die Katze schien zu glauben, dass jetzt genug von ihr sichtbar sei, und es erschien weiter nichts. »Ich glaube, sie spielen gar nicht fair«, fing Alice in etwas klagendem Ton an. »Und sie zanken sich alle so entsetzlich, dass man sein eigenes Wort nicht hören kann. Und dann haben sie gar keine Spielregeln. Und falls sie welche haben, so beachtet sie niemand. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie es einen verwirrt, dass alle Crocketts Sachen lebendig sind. Zum Beispiel ist da das Tor, durch das ich das nächste Mal spielen muss. Das geht dort am anderen Ende des Grasplatzes spazieren, und ich hätte den Igel der Königin gerade treffen können. Doch das Tor rannte fort, als es meinen Igel kommen sah.« »Wie fällt dir die Königin?«, fragte die Katze leise. »Ganz und gar nicht«, sagte Alice. »Sie hat so sehr viel«. Da bemerkte sie, dass die Königin dicht hinter ihr war und zuhörte. Also setzte sie hinzu, »Aussicht zu gewinnen, dass es kaum der Mühe wert ist, das Spiel zu Ende zu spielen.« Die Königin lächelte und ging weiter. »Mit wem redest du da«, sagte der König, indem er an Alice herantrat und mit großer Neugierde den Katzenkopf ansah. »Es ist einer meiner Freunde, ein Grinsekater«, sagte Alice. »Erlauben Eure Majestät, dass ich ihn Ihnen vorstelle?« »Sein Aussehen gefällt mir gar nicht«, sagte der König. »Er mag mir Gott«, sagte der König, »und sieh mich nicht so an«, er stellte sich hinter Alice, als er dies sagte. »Der Kater sieht den König an, der König sieht den Kater an«, sagte Alice. »Das habe ich irgendwo gelesen, ich weiß nur nicht mehr wo.« »Fort muss er«, sagte der König sehr entschieden und rief der Königin zu, die gerade vorbeiging. »Meine Liebe, ich wollte, du ließest diesen Kater fortschaffen.« Die Königin kannte nur eine Art, alle Schwierigkeiten, große und kleine, zu beseitigen. »Schlag ihm den Kopf ab«, sagte sie, ohne sich einmal umzusehen. »Ich werde selbst den Henker holen«, sagte der König eifrig und eilte fort. Alice dachte, sie wollte lieber zurückgehen und sehen, wie es mit dem Spiele stehe, als sie in der Entfernung die Stimme der Königin hörte, die vor Wut außer sich war. Sie hatte sie schon drei Spieler zum Tode verurteilen hören, weil sie ihre Einsätze verpasst hatten, und der Stand der Dinge behagte ihr gar nicht, da das Spiel so durcheinander war, dass sie nie wusste, ob sie an der Reihe war oder nicht. Sie ging also, um sich nach ihrem Igel umzusehen. Der Igel kämpfte soeben mit einem anderen Igel, was Alice eine vortreffliche Gelegenheit schien, einen mit dem anderen zu treffen. Die einzige Schwierigkeit war, dass ihr Flamingo zum anderen Ende des Gartens gegangen war, wo Alice eben noch sehen konnte, wie er höchst ungeschickt versuchte, auf einen Baum zu fliegen. Als sie den Flamingo gefangen und zurückgebracht hatte, war der Kampf vorüber und die beiden Igel nirgends zu sehen. »Ach, aber es kommt nicht darauf an«, dachte Alice, »da alle Tore auf dieser Seite des Grasplatzes fortgegangen sind.« Sie nahm also ihren Flamingo unter den Arm, damit er nicht wieder fortlief, und ging zurück, um mit ihrem Freund weiter zu schwatzen. Als sie zu dem Cheshire-Kater zurückkam, war sie sehr erstaunt, einen großen Auflauf um ihn versammelt zu sehen. Es fand ein großer Streit zwischen dem Henker, dem König und der Königin statt, die alle drei zugleich sprachen, während die übrigen ganz still waren und sehr ängstlich aussahen. Sobald Alice erschien, wurde sie von allen dreien aufgefordert, über den Streitpunkt zu entscheiden, und sie wiederholten alle ihre Argumente, obwohl, da alle zugleich sprachen, man kaum verstehen konnte, was jeder Einzelne sagte. Der Henker behauptete, dass man keinen Kopf abschneiden könnte, wo kein Körper sei, von dem man ihn abschneiden könne, dass er so etwas noch nie getan habe und jetzt zu alt sei, um etwas Neues zu lernen. Der König behauptete, dass alles, was einen Kopf habe, geköpft werden könne, und dass man nicht so viel Unsinn schwatzen solle. Die Königin behauptete, dass, wenn nicht in weniger als keiner Frist etwas geschehe, sie die ganze Gesellschaft würde köpfen lassen. Diese letztere Bemerkung hatte der Versammlung ein so ernstes und ängstliches Aussehen gegeben. Alice wusste nichts Besseres zu sagen als, er gehört der Herzogin, es wäre am besten, sie zu fragen. Sie ist im Gefängnis, sagte die Königin zum Henker, hole sie her. Und der Henker lief davon wie ein Blitz. Da wurde der Kopf des Katers undeutlicher und undeutlicher. Und gerade in dem Augenblick, als der Henker mit der Herzogin zurückkam, verschwand er gänzlich. Der König und der Henker liefen wild umher und suchten ihn, während die übrige Gesellschaft zum Spiel zurückging. Neuntes Kapitel Die Geschichte der falschen Schildkröte Du kannst dir gar nicht denken, wie froh ich bin, dich wiederzusehen, du liebes altes Herz, sagte die Herzogin, indem sie sich bei Alice liebevoll einhakte und beide zusammen fortspazierten. Alice war sehr froh, sie bei so guter Laune zu finden und dachte, es war vielleicht nur der Pfeffer, der sie so böse gemacht habe, als sie sich das erste Mal in der Küche trafen. Wenn ich Herzogin bin, sagte sie sich doch in nicht sehr hoffnungsvollem Ton, will ich gar keinem Pfeffer in meiner Küche dulden. Suppe schmeckt sehr gut ohne. Am Ende ist es immer Pfeffer, der die Leute böse macht, sprach sie weiter, sehr glücklich, eine neue Regel erfunden zu haben. Und Essig, der sie sauertöpfisch macht. Und Kamillentee, der sie bitter macht. Und süßer Sirup und dergleichen, was Kinderzucker süß macht. Ich wünschte nur, die großen Leute wüssten das. Dann würden sie nicht so sparsam damit sein. Sie hatte unterdessen die Herzogin ganz vergessen und schrag förmlich zusammen, als sie deren Stimme dicht an ihrem Ohr hörte. »Du denkst an etwas, meine Liebe, und vergiss dabei zu sprechen. Ich kann dir zwar nicht sagen, was die Moral davon ist, aber es wird mir gleich einfallen.« »Vielleicht hat es keine,« hatte Alice den Mut zu sagen. »Still, still, Kind«, sagte die Herzogin, »alles hat seine Moral, wenn man sie nur finden kann.« Dabei drängte sie sich dichter an Alice heran. Alice mochte es nicht gern, dass sie ihr so nahe kam. Erstens, weil die Herzogin sehr hässlich war, und zweitens, weil sie gerade groß genug war, um ihr Kinn auf Alice's Schultern zu stützen, und es war ein unangenehm spitzes Kinn. Da sie aber nicht gern unhöflich sein wollte, so ertrug sie es, so gut sie konnte. »Das Spiel ist jetzt besser im Gange,« sagte sie, um die Unterhaltung fortzuführen. »So ist es,« sagte die Herzogin, »und die Moral davon ist, mit Liebe und Gesange hält man die Welt im Gange.« »Irgendwer sagte,« flüsterte Alice, »es geschehe dadurch, dass jeder vor seiner Tür kehre.« »Ah, sehr gut, das bedeutet ungefähr dasselbe,« sagte die Herzogin, und indem sie ihr spitzes kleines Kinn in Alice's Schulter bohrte, fügte sie hinzu, »und die Moral davon ist, so viele Köpfe, so viele Sinne.« »Wie gern sie die Moral von allem findet,« dachte Alice. »Du wunderst dich wahrscheinlich, warum ich meinen Arm nicht um deinen Hals lege,« sagte die Herzogin nach einer Pause, »um die Wahrheit zu gestehen. Ich traue der Laune deines Flamingos nicht ganz. Soll ich es versuchen?« »Er könnte beißen,« erwiderte Alice vorsichtig, da sie sich keineswegs danach sehnte, das Experiment zu versuchen. »Sehe wahr,« sagte die Herzogin, »Flamingos und Senf beißen beide, und die Moral davon ist, gleich und gleich gesellt sich gern.« »Aber der Flamingo ist ja ein Vogel, und Senf ist kein Vogel,« wandte Alice ein. »Ganz recht, wie immer,« sagte die Herzogin, »wie deutlich du alles ausdrücken kannst.« »Es ist, glaube ich, ein Mineral,« sagte Alice. »Versteht sich,« sagte die Herzogin, die allem, was Alice sagte, zuzustimmen schien, »in dem großen Senfbergwerk hier in der Gegend sind ganz vorzüglich gute Minen, und die Moral davon ist, dass wir gute Miene zum bösen Spiel machen müssen.« »Oh ja, ich weiß,« rief Alice aus, die die letzte Bemerkung ganz überhört hatte, »es ist eine Pflanze. Es sieht nicht so aus, aber es ist eine.« »Ich stimme dir vollkommen zu,« sagte die Herzogin, »und die Moral davon ist, sei, was du zu scheinen wünschest, oder einfacher ausgedrückt, bilde dir nie ein, verschieden von dem zu sein, was anderen erscheint. Das, was du warst, oder gewesen sein möchtest, nicht verschieden von dem war, was du warst, das ihnen erschienen wäre, als wäre es verschieden.« »Ich glaube, ich würde das besser verstehen,« sagte Alice sehr höflich, »wenn ich es aufgeschrieben hätte. Ich kann nicht ganz folgen, wenn sie es sagen.« »Das ist noch gar nichts dagegen, was ich sagen könnte, wenn ich wollte,« antwortete die Herzogin in selbstzufriedenem Ton. »Bitte bemühen Sie sich nicht, es noch länger zu sagen,« sagte Alice. »Oh, sprich nicht von Mühe,« sagte die Herzogin. »Ich will dir alles, was ich bis jetzt gesagt habe, schenken.« »Ein billiges Geschenk,« dachte Alice. »Ich bin froh, dass man nicht solche Geburtstagsgeschenke gemacht, aber sie traute sich nicht, es laut zu sagen.« »Wieder in Gedanken?«, fragte die Herzogin und grub ihr spitzes kleines Kinn tiefer in Alice' Schulter. »Ich habe das Recht, in Gedanken zu sein, wenn ich will,« sagte Alice gereizt, denn die Unterhaltung fing an, sie zu langweilen. »Gerade so viel Recht,« sagte die Herzogin, »wie Ferkel zum Fliegen und die M.« Aber zu Alice' großem Erstaunen stockte hier die Stimme der Herzogin, und zwar mitten in ihrem Lieblingsworte »Moral«, und ihr Arm, der in ihrem Rute fing an zu zittern. Alice sah auf, und da stand die Königin vor ihnen mit über der Brust gekreuzten Armen, drohend blickend wie ein Gewitter. »Ein schöner Tag, Majestät«, fing die Herzogin mit leiser, schwacher Stimme an. »Ich will Sie schön gewarnt haben,« schrie die Königin und stampfte dabei mit dem Fuße. »Fort augenblicklich, entweder mit Ihnen oder mit Ihrem Kopfe. Wählen Sie!« Die Herzogin wählte und verschwand eilig. »Wir wollen weiterspielen,« sagte die Königin zu Alice, und diese, viel zu erschrocken, ein Wort zu erwidern, folgte ihr langsam zum Crockettfeld. Die übrigen Gäste hatten die Abwesenheit der Königin genutzt, um sich im Schatten auszuruhen. Sobald sie sich jedoch kommen sahen, eilten sie augenblicklich zum Spiel zurück, wobei die Königin nur sagte, dass eine Minute Verzug ihnen das Leben kosten würde. Die ganze Zeit, während sie spielten, hörte die Königin nicht auf, mit den anderen Spielern zu zanken und zu schreien. »Schlagt ihm den Kopf ab!« oder »Schlagt ihr den Kopf ab!« Diejenigen, die sie verurteilt hatte, wurden von den Soldaten in Gewahrsam genommen, die natürlich dann aufhören mussten, die Tore zu bilden, sodass nach ungefähr einer halben Stunde kein Tor mehr übrig war und alle Spieler, außer dem König, der Königin und Alice, in Gewahrsam und zum Tode verurteilt waren. Da hörte die Königin ganz außer Atem auf und sagte zu Alice, »Hast du die falsche Schildkröte schon gesehen?« »Nein«, sagte Alice, »ich weiß nicht einmal, was eine falsche Schildkröte ist.« »Es ist das, woraus falsche Schildkrötensuppe gemacht wird«, sagte die Königin. »Ich habe weder eine gesehen noch von einer gehört«, sagte Alice. »Komm, schnell«, sagte die Königin, »sie soll dir ihre Geschichte erzählen.« Als sie miteinander fortgingen, hörte Alice den König leise zu der ganzen Versammlung sagen, »Ihr seid alle begnadigt.« »Ach, das ist ein Glück«, sagte sie sich, denn sie war über die vielen Enthauptungen, welche die Königin angeordnet hatte, ganz entsetzt gewesen. Sie kamen bald zu einem Greifen, der in der Sonne lag und schlief. »Auf, du faul Pelz«, sagte die Königin, »und bringe dies kleine Fräulein zu der falschen Schildkröte. Sie möchte gern ihre Geschichte hören. Ich muss zurück und nach einigen Hinrichtungen sehen, die ich angeordnet habe.« Damit ging sie fort und ließ Alice mit dem Greifen allein. Der Anblick des Tieres, gefiel Alice nicht recht, aber im Ganzen genommen, dachte sie, würde es ebenso sicher sein, bei ihm zu bleiben, als dieser grausamen Königin zu folgen. Also wartete sie. Der Greif richtete sich auf und rieb sich die Augen. Er sah der Königin nach, bis sie verschwunden war, dann schüttelte er sich. »Ein köstlicher Spaß«, sagte der Greif halb zu sich selbst, halb zu Alice. »Was ist ein Spaß?«, fragte Alice. »Sie«, sagte der Greif, »es ist alles ihre Einbildung, das alles. Niemand wird niemals nicht hingerichtet. Komm schnell.« »Jeder sagt hier, komm schnell«, dachte Alice, indem sie ihm langsam nachging. »So viel bin ich in meinem Leben nicht hin und her kommandiert worden. Nein, in meinem ganzen Leben nicht.« Sie brauchten nicht weit zu gehen, als sie schon die falsche Schildkröte in der Entfernung sah, wie sie einsam und traurig auf einem Felsenvorsprung saß, und als sie näher kamen, hörte Alice sie seufzen, als ob ihr das Herz brechen wollte. Alice bedauerte sie sehr. »Was für einen Kummer hat sie?«, fragte sie den Greifen, und der Greif antwortete, fast in denselben Worten wie zuvor. »Es ist alles ihre Einbildung, das alles. Sie hat keinen Kummer, nicht. Komm schnell.« Sie gingen also auf die falsche Schildkröte zu, die sie mit tränenschweren Augen anblickte, aber nichts sagte. »Die kleine Mamsel hier«, sprach der Greif, »sie sagt, sie möchte gern deine Geschichte wissen«, sagt sie. »Ich will sie ihr erzählen.« sprach die falsche Schildkröte mit tiefer, hohler Stimme. »Setzt euch beide her und sprecht kein Wort, bis ich fertig bin.« Und sie setzten sich hin, und keiner sprach mehrere Minuten lang. Alice dachte, »Ich begreife nicht, wie sie je fertig werden kann, wenn sie nicht anfängt«, aber sie wartete geduldig. »Einst«, sagte die falsche Schildkröte endlich mit einem tiefen Seufzer. »War ich eine wirkliche Schildkröte?« Auf diese Worte folgte ein sehr langes Schweigen, nur hin und wieder unterbrochen durch den Ausruf des Greifen. »Greifen«, und durch das heftige Schluchzen der falschen Schildkröte. Alice wäre beinahe aufgestanden und hätte gesagt, »Danke sehr für die interessante Geschichte«, aber sie konnte nicht umhin zu denken, dass doch noch etwas kommen müsse. Daher blieb sie sitzen und sagte nichts. »Als wir klein waren«, sprach die falsche Schildkröte endlich weiter, und zwar ruhiger, obgleich sie noch hin und wieder schluchzte. »Gingen wir im Meer zur Schule. Die Lehrerin war eine alte Schildkröte. Wir nannten sie Mamsell Schalltier.« »Warum nanntet ihr sie Mamsell Schalltier?«, fragte Alice. »Sie schallt hier oder sie schallt da alle Tage. Darum«, sagte die falsche Schildkröte ärgerlich, »du bist wirklich sehr dumm.« »Du solltest dich schämen, eine so dumme Frage zu stellen«, setzte der Greif hinzu, und dann saßen beide da und sahen schweigend die arme Alice an, die in der Erde hätte versinken mögen. Endlich sagte der Greif zu der falschen Schildkröte, »Fahr zu, alte Kutsche, lass uns nicht den ganzen Tag warten«, und sie fuhr in folgenden Worten fort. »Ja, wir gingen zur Schule, im Meer, ob ihr es glaubt oder nicht.« »Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht glaube«, unterbrach sie Alice. »Doch, das hast du«, sagte die falsche Schildkröte. »Halt den Mund«, fügte der Greif hinzu, ehe Alice antworten konnte. Die falsche Schildkröte fuhr fort. »Wir gingen in die allerbeste Schule. Wir hatten 24 Schulstunden, regelmäßig, jeden Tag.« »Das haben wir auf dem Lande auch«, sagte Alice, »darauf brauchst du dir nicht so viel einbilden.« »Habt ihr außerdem auch Privatstunden?«, fragte die falsche Schildkröte etwas kleinlaut. »Ja«, sagte Alice, »französisch und Klavier.« »Und Wäsche«, sagte die falsche Schildkröte. »Natürlich nicht«, sagte Alice entrüstet. »Ah, dann gehst du in keine wirklich gute Schule«, sagte die falsche Schildkröte sehr beruhigt. »In unserer Schule stand immer am Ende wieder Rechnung. Französisch, Klavier spielen, Wäsche extra.« »Das könnt ihr nicht sehr nötig gehabt haben«, sagte Alice, »wenn ihr auf dem Grund des Meeres wohntet.« »Ich konnte keine Privatstunden bezahlen«, sagte die falsche Schildkröte mit einem Seufzer. »Ich nahm nur den normalen Unterricht.« »Und was war das?«, fragte Alice. »Läden und Treiben natürlich zuallererst«, erwiderte die falsche Schildkröte, »und dann die vier Arten vom Rechnen. Zusehen, Abziehen, Vervielfrasen und Stehlen.« »Ich habe nie von Vervielfrasen gehört«, warf Alice ein. »Was ist das?« Der Greif erhob beide Klauen voller Verwunderung. »Nie von Vervielfrasen gehört«, rief er aus. »Du weißt doch, was verhungern ist, vermute ich.« »Ja«, sagte Alice unsicher, »es heißt, nichts essen und davon sterben.« »Nun«, fuhr der Greif fort, »wenn du nicht verstehst, was Vervielfrasen ist, dann bist du ein Pinsel.« Alice hatte allen Mut verloren, noch weiterzufragen, und wandte sich daher an die falsche Schildkröte mit der Frage, »was hattet ihr sonst noch zu lernen?« »Nun, erstens Gewichte«, erwiderte die falsche Schildkröte, indem sie die Gegenstände an den Flossen aufzählte. »Gewichte, alte und neue, mit Zeografie, dann Springen. Der Springelehrer war ein alter Stockfisch, der einmal wöchentlich zu kommen pflegte. Er lehrte uns Flossen reiben, mehr schwimmig springen, schillern und imponieren.« »Wie ging denn das?«, fragte Alice. »Ich kann es dir nicht selbst zeigen«, sagte die falsche Schildkröte, »ich bin zu steif, und der Greif hat es nicht gelernt.« »Hatte keine Zeit«, sagte der Greif, »ich hatte aber Stunden bei dem Lehrer der alten Sprachen. Das war ein alter Barsch, ja, das war er.« »Bei dem bin ich nicht gewesen«, sagte die falsche Schildkröte mit einem Seufzer. »Er lehrte zebräisch und greifisch«, sagten sie immer. »Das tat er auch, das tat er auch, und besonders lass ein«, sagte der Greif, indem er ebenfalls seufzte, worauf beide Tiere sich die Vorderfüße vor ihre Gesichter schlugen. »Und wie viele Schüler wart ihr denn in einer Klasse?«, fragte Alice, die schnell auf ein anderes Thema kommen wollte. »Zehn am ersten Tag«, sagte die falsche Schildkröte, »nein am nächsten und sofort.« »Was für eine merkwürdige Einrichtung«, rief Alice aus. »Das ist der Grund, warum man Lehrer hält, weil sie die Klasse von Tag zu Tag lehren.« Das war ein ganz neuer Gedanke für Alice, welchen sie gründlich durchdachte, ehe sie wieder eine Bemerkung machte. »Am elften Tag? Müssen dann alle frei gehabt haben?« »Natürlich«, sagte die falsche Schildkröte. »Und wie wurde es am zwölften Tag gemacht?«, fuhr Alice eifrig fort. »Das ist genug von Stunden«, unterbrach der Greif sehr bestimmt. »Erzähle ihr jetzt etwas von den Spielen.« Zehntes Kapitel Das Hummerballett Die falsche Schildkröte seufzte tief auf und wischte sich mit dem Rücken ihrer Flosse die Augen. Sie sah Alice an und versuchte zu sprechen, aber ein bis zwei Minuten lang erstickte lautes Schluchzen ihre Stimme. »Sieht aus, als ob sie einen Knochen in der Kehle hätt«, sagte der Greif und machte sich daran, sie zu schütteln und auf den Rücken zu klopfen. Endlich konnte die falsche Schildkröte widersprechen, und während Tränen ihre Wangen herabflossen, erzählte sie weiter. »Vielleicht hast du nicht viel unter dem Wasser gelebt.« »Nein«, sagte Alice, »und vielleicht hast du nie die Bekanntschaft eines Hummers gemacht.« Alice wollte eben sagen, »ich kostete einmal, aber sie hielt schnell inne und sagte, »Nein, niemals.« »Du kannst dir also nicht vorstellen, wie reizend ein Hummerballett ist.« »Nein, in der Tat nicht«, sagte Alice, »was für ein Tanz ist es?« »Nun«, sagte der Greif, »erst stellt man sich in einer Reihe am Strand auf.« »In zwei Reihen«, rief die falsche Schildkröte, »Seehunde, Schildkröten, Lachse und so weiter. Dann, wenn alle Seesterne aus dem Weg geräumt sind, was gewöhnlich einige Zeit dauert, unterbrach der Greif. Geht man zwei Schritte vorwärts?« »Jeder einen Hummer zum Tanze führend«, rief der Greif. »Natürlich«, sagte die falsche Schildkröte, »zwei Schritte vorwärts, wieder paarweise gestellt.« »Man wechselt die Hummer und geht in derselben Ordnung zurück«, fuhr der Greif fort. »Dann musst du wissen«, fiel die falsche Schildkröte ein. »Wirft man die«, »die Hummer«, schrie der Greif mit einem Luftsprunge. »So weit ins Meer, wie man kann.« »Schwemmt ihnen nach«, kreischte der Greif. »Schlägt einen Purzelbaum im Wasser«, rief die falsche Schildkröte, indem sie wild umhersprang. »Wechselt die Hummer wieder«, heulte der Greif mit erhobener Stimme. »Zurück ans Land und das ist die ganze erste Figur«, sagte die falsche Schildkröte, indem ihre Stimme plötzlich leise wurde. Und beide Tiere, die bis dahin wie verrückt umhergesprungen waren, setzten sich sehr betrübt und still nieder und sahen Alice an. »Es muss ein sehr hübscher Tanz sein«, sagte Alice ängstlich. »Möchtest du eine kleine Probe sehen?«, fragte die falsche Schildkröte. »Sehr gern«, sagte Alice. »Komm, lass uns die erste Figur versuchen«, sagte die falsche Schildkröte zum Greifen. »Wir können es ohne Hummer, glaube ich, wer soll singen?« »O, sing du«, sagte der Greif, »ich habe die Worte vergessen.« So fingen sie also an, feierlich im Kreis um Alice zu tanzen. Zuweilen traten sie ihr auf die Füße, wenn sie ihr zu nahe kamen, und die falsche Schildkröte sang dazu, sehr langsam und traurig, folgendes. »Zu der Schnecke sprach ein Weißfisch. Kannst du denn nicht schneller gehen? Siehst du denn nicht die Schildkröten und die Hummer alle stehen? Hinter uns, da kommt ein Meerschwein, und es tritt mir auf den Schwanz. Und sie warten am Strande, dass wir kommen zu dem Tanz. Willst du denn nicht? Willst du denn nicht? Willst du kommen zu dem Tanz? Nein, du kannst es nicht ermessen, wie herrlich es wird sein. Nehmen sie uns mit den Hummern, Werfen uns ins Meer hinein. Doch die Schnecke tät' nicht trauen, das gefällt mir doch nicht ganz. Viel zu weit, viel zu weit, ich danke, gehe nicht mit euch zum Tanz. Nein, ich kann, ich mag, ich will nicht, kann nicht kommen zu dem Tanz. Nein, ich kann, ich mag, ich will nicht, mag nicht kommen zu dem Tanz. Und der Weißfisch sprach dagegen, es kommt ja nicht drauf an, wie weit ist. Ist doch wohl ein anderes Ufer drüben auf der anderen Seite. Und noch viele schöne Küsten gibt es außer enger Lands. Nur nicht blöder, lieber Schnecke, komm geschwind mit mir zum Tanz. Willst du denn nicht? Willst du denn nicht? Willst du kommen zu dem Tanz? Willst du denn nicht? Willst du denn nicht? Willst nicht kommen zu dem Tanz? Danke sehr, es ist sehr, sehr interessant, diesem Tanz zuzusehen, sagte Alice, als obgleich sie sich freute, dass er endlich vorüber war. Und das komische Lied von dem Weißfisch gefällt mir so. Oh, was die Weißfische anbelangt, sagte die falsche Schildkröte, die, du hast sie doch gesehen? Ja, sagte Alice, ich habe sie oft gesehen beim Mittag. Sie hielt schnell inne. Ich weiß nicht, wer Mütter sein mag, sagte die falsche Schildkröte, aber da du sie so oft gesehen hast, so weißt du natürlich, wie sie aussehen. Ja, ich glaube, sagte Alice nachdenklich, sie haben den Schwanz im Maul und sind ganz mit geriebener Semmel bestreut. Die geriebene Semmel ist ein Irrtum, sagte die falsche Schildkröte. Sie würde im Meer bald abgespült werden, aber den Schwanz haben sie im Maul und der Grund ist... Oh, hier gähnte die falsche Schildkröte und machte die Augen zu. Sag ihr alles das von dem Grunde, sprach sie zum Greifen. Der Grund ist, sagte der Greif, dass sie durchaus im Hummerballett mittanzen wollten. So wurden sie also ins Meer hineingeworfen. Sie mußten sehr weit fliegen, so packten sie die Schwänze mit ihren Maulern, so konnten sie sie denn nicht wieder herausbekommen, so ist es.« »Danke dir«, sagte Alice, »es ist sehr interessant. Ich habe nie so viel vom Weißfisch zu hören bekommen.« »Ich kann dir noch mehr über ihn sagen, wenn du willst«, sagte der Greif. »Weißt du, warum er Weißfisch heißt?« »Ich habe noch nie darüber nachgedacht«, sagte Alice. »Warum?« »Darum eben«, sagte der Greif mit tiefer, feierlicher Stimme, »weil man so wenig von ihm weiß. Nun aber musst du uns auch etwas von deinen Abenteuern erzählen.« »Ich könnte euch meine Erlebnisse von heute früh an erzählen,« sagte Alice zurückhaltend, »aber bis gestern zurückzugehen, wäre ganz unnütz, weil ich da jemand anderes war.« »Erkläre das deutlich«, sagte die falsche Schildkröte. »Nein, die Erlebnisse erst«, sagte der Greif ungeduldig, »Erklärungen dauern so schrecklich lange.« Alice fing also an, ihnen ihre Abenteuer von da an zu erzählen, wo sie das weiße Kaninchen zuerst gesehen hatte. Im Anfang war sie etwas ängstlich, denn die beiden Tiere kamen ihr so nah, eins auf jeder Seite, und sperrten Augen und Mund weit auf, aber nach und nach wurde sie mutiger. Ihre Zuhörer waren ganz ruhig, bis sie an die Stelle kamen, wo sie der Raupe, ihr seit Altvater Martin, hergesagt hatte, und wo lauter andere Worte gekommen waren, da holt die falsche Schildkröte Tiefluft und sagte, »Das ist sehr merkwürdig.« »Es ist alles so merkwürdig, wie nur möglich«, sagte der Greif. »Es kam ganz anders«, wiederholte die falsche Schildkröte gedankenvoll. »Ich möchte sie wohl etwas aufsagen hören, sage ihr, dass sie anfangen soll.« Sie sah den Greifen an, als ob sie dächte, dass er einigen Einfluss auf Alice habe. »Steh auf und sage her, preisend mit viel schönen Reden«, sagte der Greif. »Wie die Geschöpfe einen alle kommandieren und Gedichte aufsagen lassen«, dachte Alice, »dafür könnte ich auch lieber gleich in der Schule sein.« Sie stand jedoch auf und fing an, das Gedicht aufzusagen. Aber ihr Kopf war so voll von dem Hummerballett, daß sie kaum wusste, was sie sagte, und die Worte kamen sehr sonderbar heraus. Preisend mit viel schönen Kniffen seiner Scheren, Wert und Zahl, stand der Hummer vor dem Spiegel in der schönen roten Schal. »Herrlich«, sprach der Fürst der Krebse, »steht mir dieser lange Bart, rückt die Füße mit der Nase auswärts, als er dieses sagt.« »Das ist anders, als ich's als Kind gesagt habe«, sagte der Greif. »Ich habe es zwar noch niemals gehört«, sagte die falsche Schildkröte, »aber es klingt wie blühender Unsinn.« Alice erwiderte nichts. Sie setzte sich, bedeckte das Gesicht mit beiden Händen und überlegte, ob wohl je wieder irgendetwas normal sein würde. »Ich möchte es gern erklärt haben«, sagte die falsche Schildkröte. »Sie kann's nicht erklären«, warf der Greif schnell ein, »sage den nächsten Vers.« »Aber das von den Füßen«, fragte die falsche Schildkröte wieder. »Wie kann er sie mit der Nase auswärts rücken?« »Es ist die erste Position beim Tanzen«, sagte Alice, aber sie war über alles entsetzlich verwirrt und hätte am liebsten aufgehört. »Sage den nächsten Vers«, wiederholte der Greif ungeduldig. »Er fängt an, seht mein Land.« Alice wagte nicht, es abzuschlagen. Obgleich sie überzeugt war, es würde alles falsch herauskommen. Sie fuhr also mit zitternder Stimme fort. »Seht, mein Land und grüne Fluten«, sprach ein fetter Lachs vom Rhein, »goldene Schuppen, meine Rüstung, und mit Austern trinke ich Wein.« »Wozu sollen wir das dumme Zeug mit anhören?«, unterbrach sie die falsche Schildkröte. »Wenn sie es nicht auch erklären kann, es ist das verworrenste Zeug, das ich je gehört habe.« »Ja, ich glaube auch, es ist besser, du hörst auf«, sagte der Greif, und Alice gehorchte nur zu gern. »Sollen wir noch eine Figur von dem Hummerballett versuchen«, fuhr der Greif fort, »oder möchtest du lieber, dass die falsche Schildkröte dir ein Lied vorsingt?« »Oh, ein Lied, bitte, wenn die falsche Schildkröte so gut sein will«, antwortete Alice mit solchem Eifer, dass der Greif etwas beleidigt sagte, »Hm, der Geschmack ist verschieden. Singe ihr Schildkröten-Suppe vor, hörst du, alte Tante.« Die falsche Schildkröte seufzte tief und fing an, mit halb von Schluchzen erstickter Stimme zu singen. »Schöne Suppe, so schwer und grün, dampfend in der heißen Turin, wem nach einem so schönen Gerücht wässerte denn der Mund wohl nicht? Könige der Suppe, du schönste Suppe, Könige der Suppe, du schönste Suppe, wunderschöne Suppe, wunderschöne Suppe, Könige der Suppe, wunderschöne Suppe.« »Schöne Suppe, wer fragt noch nach Fisch? Wildbrit oder was uns auf dem Tisch, alles lassen wir stehen zu, preisen allein die wunderschöne Suppe, preisen allein die wunderschöne Suppe, wunderschöne Suppe, wunderschöne Suppe, Königin der Suppe, wunderschöne Suppe.« »Den Chor noch einmal«, rief der Greif und die falsche Schildkröte, hatte ihn eben wieder angefangen, als ein Ruf »Das Verhör fängt an«, in der Ferne erscholl. »Komm schnell«, rief der Greif, und Alice bei der Hand nehmend lief er fort, ohne auf das Ende des Gesanges zu warten. »Was für ein Verhör«, keuchte Alice beim Rennen, aber der Greif antwortete nichts als »Komm schnell«, und rannte weiter, während die Worte schwächer und schwächer vom Winde getragen ihnen folgten, »wunderschöne Suppe, wunderschöne Suppe!« Elftes Kapitel Wer hat die Törtchen gestohlen? Der König und die Königin der Herzen saßen auf ihrem Thron, als sie ankamen, und eine große Menge war um sie versammelt, allerlei kleine Vögel und Tiere, außerdem das ganze Kartenspiel. Der Bube stand vor ihnen in Ketten, einen Soldaten an jeder Seite, um ihn zu bewachen. Dicht bei dem König befand sich das weiße Kaninchen, eine Trompete in der Hand, in der anderen eine Pergamentrolle. Im Mittelpunkt des Gerichtshofes stand ein Tisch mit einer Schüssel voll Törtchen. Sie sahen so appetitlich aus, dass der bloße Anblick Alice ganz hungrig darauf machte. Ich wünschte, sie machten schnell mit dem Verhör und reichten die Erfrischungen herum. Aber dazu schien wenig Aussicht zu sein, sodass sie anfing, alles genau in Augenschein zu nehmen, um sich die Zeit zu vertreiben. Alice war noch nie in einem Gerichtshof gewesen, aber sie hatte in ihren Büchern davon gelesen und bildete sich was darauf ein, dass sie alles, was sie dort sah, beim Namen zu nennen wusste. »Das ist der Richter«, sagte sie sich, wegen seiner großen Perücke. »Der Richter war übrigens der König, und er trug die Krone über der Perücke. Es sah nicht aus, als sei es sehr bequem und auch stand es ihm nicht gut.« »Und jene zwölf kleinen Tiere da sind vermutlich die Geschworenen«, dachte Alice. Sie wiederholte dieses Wort zwei bis drei Mal für sich, weil sie so stolz darauf war, denn sie glaubte, und das mit Recht, dass wenig kleine Mädchen ihres Alters überhaupt etwas von diesen Sachen wissen würden. Die zwölf Geschworenen schrieben alle sehr eifrig auf Schiefertafeln. »Was tun Sie?« fragte Alice den Greifen ins Ohr. »Sie können ja noch nichts aufzuschreiben haben, ehe das Verhör beginnt.« »Sie schreiben ihre Namen auf«, sagte der Greif ins Ohr, »weil sie Angst haben, sie zu vergessen, ehe das Verhör zu Ende ist.« »Dumme Dinger«, fing Alice entrüstet ganz laut an, aber sie hielt augenblicklich inne, denn das weiße Kaninchen rief aus »Ohr im Saal«, und der König setzte seine Brille auf und blickte spähend umher, um zu sehen, wer da gesprochen habe. Alice konnte ganz deutlich sehen, dass alle Geschworenen »dumme Dinger« auf ihre Tafeln schrieben, und sie merkte auch, dass einer von ihnen nicht wusste, wie es geschrieben wird, und seinen Nachbar fragen musste. »Die Tafeln werden in einem schönen Zustand sein, wenn das Verhör vorüber ist«, dachte Alice. Einer der Geschworenen hatte einen Griffel, der quietschte. Das konnte Alice nicht aushalten, deshalb ging sie auf die andere Seite des Saales, trat dicht hinter ihn und fand sehr bald eine Gelegenheit, den Griffel wegzunehmen. Sie hatte es so schnell getan, dass der arme kleine Geschworene »es war Wabbel« überhaupt nicht begreifen konnte, wo sein Griffel hingekommen war. Nachdem er ihn also überall gesucht hatte, musste er mit einem Finger schreiben, und das war von sehr geringem Nutzen, da er keine Spuren auf der Tafel zurückließ. »Herold, verließ die Anklage«, sagte der König. Da blies das weiße Kaninchen dreimal in die Trompete, entfaltete darauf die Pergamentrolle und las wie folgt. »Erzkönigin Bugtörtchen viele! Juchaisasa Juche! Herzbube kam und nahm sie fort. Wo sind sie nun? Oh weh!« »Gebt euer Urteil ab«, sprach der König zu den Geschworenen. »Noch nicht, noch nicht«, unterbrach ihn das Kaninchen schnell. »Da kommt erst noch vielerlei.« »Lasst den ersten Zeugen eintreten«, sagte der König, worauf das Kaninchen dreimal in die Trompete blies und rief »Erster Zeuge!« Der erste Zeuge war der Hutmacher. Er kam herein, eine Tasse in der Hand und in der anderen ein Stück Butterbrot haltend. »Ich bitte um Verzeihung, euer Majestät, dass ich das mitbringe, aber ich war nicht ganz fertig mit meinem Tee, als nach mir geschickt wurde.« »Du hättest damit, du hättest aber damit fertig sein sollen«, sagte der König. »Wann hast du damit angefangen?« Der Hutmacher sah den Faselhasen an, der ihm in den Gerichtssaal gefolgt war, Arm in Arm mit dem Murmeltier. »Ähm, vierzehnten März, glaube ich, war es«, sagte er. »Fünfzehnten«, sagte der Faselhase. »Sechzehnten«, fügte das Murmeltier hinzu. »Nehmt das zu Protokoll«, sagte der König zu den Geschworenen, und die Geschworenen schrieben eifrig die drei Daten auf ihre Tafeln, addierten sie dann und rechneten die Summe in Groschen und Pfennige um. »Nimm deinen Hut ab«, sagte der König zum Hutmacher. »Er ist nicht meiner«, sagte der Hutmacher. »Gestohlen«, rief der König den Geschworenen zu, welche sogleich die Tatsache notierten. »Ich verkaufe die Hüte«, fügte der Hutmacher als Erklärung hinzu. »Ich habe keinen eigenen, ich bin ein Hutmacher«. Da setzte sich die Königin die Brille auf und fing an, den Hutmacher scharf zu beobachten, was ihn sehr blass und unruhig machte. »Mach du deine Aussage«, sprach der König, »und sei nicht ängstlich, oder ich lasse dich auf der Stelle hängen.« Dies beruhigte den Zeugen augenscheinlich nicht. Er trat abwechselnd auf dem linken und rechten Fuß, sah die Königin mit großem Unbehagen an, und in seiner Befangenheit biss er ein großes Stück aus seiner Teetasse statt aus seinem Butterbrot. Gerade in diesem Augenblick spürte Alice eine seltsame Empfindung, die sie sich durchaus nicht erklären konnte, bis sie endlich merkte, was es war. Sie fing wieder an zu wachsen. Und sie wollte sogleich aufstehen und den Gericht so verlassen, aber nach weiterer Überlegung beschloss sie zu bleiben, wo sie war, solange sie Platz genug hatte. »Du musst wirklich nicht so drängeln«, sagte das Murmeltier, das neben ihr saß. »Ich kann kaum atmen.« »Ich kann nicht dafür«, sagte Alice bescheiden. »Ich wachse.« »Du hast kein Recht dazu, hier zu wachsen«, sagte das Murmeltier. »Regt nicht solchen Unsinn«, sagte Alice frech. »Du weißt recht gut, dass du auch wächst.« »Ja, aber ich wachse in vernünftigem Maßstab«, sagte das Murmeltier, »nicht auf so lächerliche Art.« Dabei stand es verdrießlich auf und ging an die andere Seite des Saales. Die ganze Zeit über hatte die Königin unablässig den Hutmacher angestarrt, und gerade als das Murmeltier durch den Saal ging, sprach sie zu einem der Gerichtsbeamten, »Bring mir die Liste der Sänger des letzten Konzerts«, worauf der unglückliche Hutmacher so zitterte, dass ihm beide Schuhe von den Füßen fielen. »Mach deine Aussage«, wiederholte der König ärgerlich, »oder ich werde dich hinrichten lassen, ob du nun Angst hast oder nicht.« »Ich bin ein armer Mann, Eure Majestät«, begann der Hutmacher mit zitternder Stimme, »und ich hatte eben erst meinen Tee angefangen, nicht länger als eine Woche ungefähr, und da die Butterbrote so dünn wurden und es Teller und Töpfe in den Tee schneite.« »Teller und Töpfe, was?« fragte der König. »Es fing mit dem Tee an«, erwiderte der Hutmacher. »Natürlich fangen Teller und Töpfe mit einem Tee an. Hältst du mich für einen Esel? Rede weiter.« »Ich bin ein armer Mann«, fuhr der Hutmacher fort, »und seitdem schneite alles. Der Faselhase sagte nur, »Nein, ich hab's nicht gesagt«, unterbrach ihn der Faselhase schnell. »Du hast's wohl gesagt«, rief der Hutmacher. »Ich leugne es«, sagte der Faselhase. »Er leugnet es«, sagte der König. »Lass den Teil der Aussage weg.« »Gut, auf jeden Fall hat's das Murmeltier gesagt«, fuhr der Hutmacher fort, indem er sich ängstlich umsah, ob es auch leugnen würde, aber das Murmeltier leugnete nichts, denn es war fest eingeschlafen. »Dann«, sprach der Hutmacher weiter, »schnitt ich noch etwas Butterbrot?« »Aber was hat das Murmeltier gesagt?«, fragte einer der Geschworenen. »Das ist mir ganz entfallen«, sagte der Hutmacher. »Aber es muss dir wieder einfallen«, sagte der König. »Sonst lasse ich dich köpfen.« Der unglückliche Hutmacher ließ Tasse und Butterbrot fallen und ließ sich auf ein Knie nieder. »Ich bin ein armseliger Mann, euer Majestät«, fing er an. »Du bist ein sehr armseliger Redner«, sagte der König. Hier klatschte eins der Meerschweinchen Beifall, was sofort von den Gerichtsdienern unterdrückt wurde. Da dies ein etwas schweres Wort ist, so will ich beschreiben, wie es gemacht wurde. Sie hatten einen großen Leinwand-Sack bei der Hand mit Schnüren zum Zusammenziehen. Da hinein wurde das Meerschweinchen gesteckt, den Kopf nach unten und dann setzten sie sich darauf. »Es ist gut, dass ich das gesehen habe«, dachte Alice. »Ich habe so oft in der Zeitung am Ende eines Verhörs gelesen. Das Publikum fing an, Beifall zu klatschen, was aber sofort von den Gerichtsdienern unterdrückt wurde.« »Und ich konnte bis jetzt nie verstehen, was es bedeutete.« »Wenn dies alles ist, was du zu sagen hast, so kannst du abtreten«, fuhr der König fort. »Ich kann nichts mehr abtreten«, sagte der Hutmacher. »Ich stehe so schon auf den Strümpfen.« »Dann kannst du abwarten, bis du wieder gefragt wirst«, erwiderte der König. Hier klatschte das zweite Meerschweinchen und wurde unterdrückt. »Ha, nun sind die Meerschweinchen still«, dachte Alice. »Nun wird es besser vorwärts gehen.« »Ich möchte lieber zu meinem Tee zurückgehen«, sagte der Hutmacher mit einem ängstlichen Blick auf die Königin, welche die Liste der Sänger durchlas. »Du kannst gehen«, sagte der König, worauf der Hutmacher eilig den Gerichtssaal verließ, ohne sich die Zeit zu nehmen, seine Schuhe anzuziehen. »Und draußen schneidet ihm doch den Kopf ab«, fügte die Königin zu einem der Beamtengewand hinzu, aber der Hutmacher war nicht mehr zu sehen, als der Beamte die Tür erreichte. »Ruft den nächsten Zeugen«, sagte der König. Der nächste Zeuge war die Köchin der Herzogin. Sie trug die Pfefferbüchse in der Hand und Alice erriet, schon ehe sie in den Saal trat, wer es sei, weil alle Leute in der Nähe der Tür mit einem Mal anfingen zu niesen. »Mach deine Aussage«, sagte der König. »Nee«, antwortete die Köchin. Der König sah ängstlich das weiße Kaninchen an, welches leise sprach, »Ere Majestät müssen diesen Zeugen in ein Kreuzverhör nehmen.« »Wohl, wenn ich muss, muss ich«, sagte der König trübsinnig, und nachdem er die Arme gekreuzt und die Augenbrauen so fest zusammengezogen hatte, dass seine Augen kaum mehr zu sehen waren, sagte er mit tiefer Stimme, »Woraus macht man Törtchen?« »Pfeffer, hauptsächlich«, sagte die Köchin. »Sirup«, sagte eine schläfrige Stimme hinter ihr. »Nimm dieses Murmeltier fest«, heulte die Königin. »Köpft dieses Murmeltier, schafft dieses Murmeltier aus dem Saal, unterdrückt es, kneift es, schneidet ihm den Bart ab.« Einige Minuten lang war das ganze Gericht in Bewegung, um das Murmeltier fortzuschaffen, und als endlich alle wieder zur Ruhe gekommen waren, war die Köchin verschwunden. »Schadet nichts«, sagte der König und sah aus, als falle ihm ein Stein vom Herzen. »Ruft den nächsten Zeugen!« Und zu der Königin gewandt fügte er leise hinzu. »Wirklich, meine Liebe, du musst das nächste Kreuzverhör übernehmen. Meine Arme sind schon ganz lahm.« Alice beobachtete das weiße Kaninchen, das die Liste durchsuchte. Da sie sehr neugierig war, wer wohl der nächste Zeuge sein würde. »Denn sie haben noch nicht viele Beweise«, sagte sie sich. »Stellt euch ihre Überraschung vor, als das weiße Kaninchen mit seiner lautesten Stimme vorlas.« »Elles« Zwölftes Kapitel Alice ist die Klügste »Hier«, rief Alice in der augenblicklichen Aufregung ganz vergessend, wie sehr sie die letzten Minuten gewachsen war. Sie sprang in solcher Eile auf, dass sie mit ihrem Rock das Pult vor sich umstieß, sodass alle Geschworenen auf die Köpfe der daruntersitzenden Versammlung fielen. Da lagen sie hilflos umher und erinnerten sie sehr an ein Glas mit Goldfischen, das sie die Woche vorher aus Versehen umgestoßen hatte. »Oh, ich bitte um Verzeihung«, rief sie sehr bestürzt und fing an, sie so schnell wie möglich aufzunehmen, denn der Unfall mit den Goldfischen war ihr noch gut im Gedächtnis, und sie hatte eine ungefähre Vorstellung, dass sie gleich gesammelt und wieder in ihr Pult gesetzt werden müssten, sonst würden sie sterben. »Das Verhör kann nicht fortgesetzt werden«, sagte der König sehr ernst, »bis alle Geschworenen wieder an ihrem rechten Platz sind.« »Alle«, wiederholte er mit großem Nachdruck und sah dabei Alice fest an. Alice sah sich nach dem Pult um und bemerkte, dass sie in der Eile die Eidechse kopfunter hineingestellt hatte, und das arme kleine Ding bewegte den Schwanz trübselig hin und her, da es sich übrigens nicht rühren konnte. Sie zog es schnell wieder heraus und stellte es richtig hinein. »Es hat zwar nichts zu bedeuten«, sagte sie sich, »ich glaube, es würde für das Verhör ganz ebenso nützlich sein, kopfüber wie kopfunter.« Sobald sich die Geschworenen etwas von dem Schreck erholt hatten, umgeworfen worden zu sein, und nachdem ihre Tafeln und Griffel gefunden und ihnen zurückgegeben worden waren, machten sie sich eifrig daran, die Geschichte ihres Unfalles aufzuschreiben, alle außer der Eidechse, welche zu angegriffen war, um etwas zu tun. Sie saß nur mit offenem Maul da und starrte die Saaldecke an. »Was weißt du von dieser Angelegenheit?« fragte der König Alice. »Nichts«, sagte Alice. »Durchaus nichts«, drang der König in sie. »Durchaus nichts«, sagte Alice. »Das ist sehr wichtig«, sagte der König, indem er sich an die Geschworenen wandte. Sie wollten dies eben auf ihre Tafeln schreiben, als das weiße Kaninchen ihn unterbrach. »Unwichtig«, meinten Eure Majestät natürlich, sagte es in sehr ehrfurchtsvollem Ton, wobei es ihn aber mit Stirnrunzeln und verdrießlichem Gesichte ansah. »Unwichtig«, »natürlich«, meinte ich, bestätigte der König eilig und fuhr mit halblauter Stimme fort. »Wichtig«, »unwichtig«, »unwichtig«, »wichtig«, als ob er versuchte, welches Wort am besten klinge. Einige der Geschworenen schrieben auf »wichtig« und einige »unwichtig«. Alice konnte dies sehen, da sie nah genug war, um ihre Tafeln zu überblicken. Aber es kommt nicht das Geringste darauf an, dachte sie. In diesem Augenblick rief der König, der eifrig in seinem Notizbuch geschrieben hatte, plötzlich aus »still« und las dann aus seinem Buch vor. »Zweiundvierzigstes Gesetz. Alle Personen, die mehr als eine Meile hoch sind, haben den Gerichtshof zu verlassen.« Alle sahen Alice an. »Ich bin keine Meile groß«, sagte Alice. »Das bist du wohl«, sagte der König. »Beinahe zwei Meilen groß«, fügte die Königin hinzu. »Auf jeden Fall werde ich nicht fortgehen«, sagte Alice. »Übrigens ist das kein richtiges Gesetz. Sie haben es sich eben erst ausgedacht.« »Es ist das älteste Gesetz in dem Buch«, sagte der König. »Dann müsste es Nummer eins sein«, sagte Alice. Der König erbleichte und machte sein Notizbuch schnell zu. »Gebt euer Urteil ab«, sagte er leise und mit zitternder Stimme zu den Geschworenen. »Eure Majestät, es sind noch mehr Beweise aufzunehmen«, sagte das »Papier ist soeben gefunden worden.« »Was enthält es?«, fragte die Königin. »Ich habe es noch nicht geöffnet«, sagte das Weiße Kaninchen, »aber es scheint ein Brief von dem Gefangenen an jemanden zu sein.« »Ja, das wird es wohl sein«, sagte der König, wenn es nicht an niemand ist, was, wie bekannt, nicht oft vorkommt. »An wen ist es adressiert?«, fragte einer der Geschworenen. »Es ist gar nicht adressiert. Überhaupt steht auf der Außenseite gar nichts.« Es faltete bei diesen Worten das Papier auseinander und sprach weiter. »Es ist übrigens gar kein Brief. Es sind Verse.« »Sind Sie in der Handschrift des Gefangenen?«, fragte ein anderer Geschworener. »Nein, das sind Sie nicht«, sagte das Weiße Kaninchen. »Und das ist das Merkwürdigste dabei.« Die Geschworenen sahen alle ganz verdutzt aus. »Er muss die Handschrift eines anderen nachgeahmt haben«, sagte der König. Die Gesichter der Geschworenen klärten sich auf. »Bitte, Eure Majestät«, sagte der Bube, »ich habe es nicht geschrieben, und niemand kann beweisen, dass ich es geschrieben habe. Es ist keine Unterschrift darunter.« »Wenn du es nicht unterschrieben hast«, sagte der König, »so macht das die Sache nur schlimmer. Du musst schlechte Absichten dabei gehabt haben, sonst hättest du wie ein ehrlicher Mann deinen Namen darunter gesetzt.« Hierauf folgte allgemeines Beifallklatschen. Es war der erste wirklich kluger Ausspruch, den der König an dem Tag getan hatte. »Das beweist seine Schuld«, sagte die Königin. »Es beweist gar nichts«, sagte Alice. »Ihr wisst ja noch nicht einmal, worüber die Verse sind.« »Lies sie«, sagte der König. Das weiße Kaninchen setzte seine Brille auf. »Obe fehlen Eure Majestät, dass ich anfangen soll«, fragte es. »Fange beim Anfang an«, sagte der König ernsthaft. »Und lies, bis du ans Ende kommst. Dann halte an«. Dies waren die Verse, welche das weiße Kaninchen vorlass. »Ich höre ja, du warst bei ihr, und dass er mir es gönnt. Sie sprach, sie hielte viel von mir, wenn ich nur schwimmen könnte. Er schrieb an sie, ich ginge nicht, nur wussten wir es gleich. Wenn ihr viel an der Sache liegt, was würde dann aus euch? Ich gab ihr eins, sie gab ihm zwei, ihr gab uns dreimal vier. Jetzt sind sie hier, er steht dabei, doch alle gehörten erst mir. Wird ich und sie vielleicht da rein, verwickelt und verfahren, vertraut er dir, sie zu befreien, gerade wie wir waren. Ich dachte schon in meinem Sinn, ehe sie den Anfall hätt, ihr wärt derjenige, der ihn, es und uns hindertet. Sagt ihm um keinen Preis, dass ihr die anderen lieber waren, denn keine Seele außer dir und mir darf dies erfahren.« »Das ist das wichtigste Beweisstück, das wir bis jetzt gehört haben«, sagte der König, indem er sich die Hände rieb. »Lasst also die Geschworenen«. »Wenn es einer von ihnen erklären kann«, sagte Alice, sie war die letzten paar Minuten so sehr gewachsen, dass sie sich gar nicht fürchtete, ihn zu unterbrechen. »So will ich ihm sechs Dreier schenken. Ich finde, dass nicht eine Spur von Sinn darin ist.« Die Geschworenen schrieben alle auf ihre Tafeln, »Sie findet, dass auch nicht eine Spur von Sinn darin ist«, aber keiner versuchte, das Schriftstück zu erklären. »Wenn kein Sinn darin ist«, sagte der König, »spart uns das ja ungeheuer viel Arbeit, dann ist es nicht nötig, ihn zu suchen.« »Und dennoch weiß ich nicht«, fuhr er fort, indem er das Papier auf dem Knie ausbreitete und es prüfend beäugte, »es kommt mir vor, als könnte ich etwas Sinn darin finden, wenn ich nur schwimmen könnt.« »Du kannst nicht schwimmen, nicht wahr?«, wandte er sich an den Buben. Der Bube schüttelte traurig das Haupt. »Sehe ich etwa danach aus?«, was freilich nicht der Fall war, da er gänzlich aus Papier bestand. »Das trifft zu, soweit«, sagte der König und fuhr fort, die Verse leise durchzulesen. »Nur wussten wir es gleich, das sind die Geschworenen. Natürlich, ich gab ihr eins, sie gab ihm zwei. Jawohl, so hat er es mit den Törtchen gemacht, versteht sich.« »Aber es geht weiter, jetzt sind sie hier«, sagte Alice. »Freilich, da sind sie ja, er steht doch dabei«, sagte der König triumphierend und wies dabei zu den Törtchen auf dem Tisch und auf den Buben. »Nichts kann klarer sein.« Dann wieder »Ehe sie den Anfall hätt«, »du hast nie einen Anfall gehabt, liebe Glaube ich«, sagte er zu der Königin. »Niemals«, rief die Königin wütend und warf dabei der Eidechse ein Tintenfass an den Kopf. Der unglückliche kleine Wabbel hatte aufgehört, mit dem Finger auf seiner Tafel zu schreiben, da er merkte, dass es keine Spuren hinterließ. Doch nun fing er eilig wieder an, indem er die Tinte benutzte, die von seinem Gesicht herabtropfte, solange dies vorhielt. »Dann ist dies nicht dein Fall«, sagte der König und blickte lächelnd im ganzen Saal herum. Alles blieb totenstill. »Sistian Witz«, fügte der König ärgerlich hinzu. Sogleich lachten alle. »Die Geschworenen sollen ihr Urteil fällen«, sagte der König wohl zum zwanzigsten Male. »Nein, nein«, sagte die Königin, »erst die Strafe, das Urteil der Geschworenen nachher.« »Dummer Unsinn«, sagte Alice laut, »was für ein Einfall erst die Strafe haben zu wollen.« »Halt den Mund«, sagte die Königin, indem sie purpurrot wurde. »Ich will nicht«, sagte Alice. »Schlagt ihr den Kopf ab«, brüllte die Königin. »Niemand rührte sich.« »Wer fragt schon nach euch«, sagte Alice. Unterdessen hatte sie ihre volle Größe erreicht. »Ihr seid nichts weiter als ein Spiel Karten.« Bei diesen Worten erhob sich das ganze Spiel in die Luft und flog auf sie herab. Sie schrie auf, halb vor Furcht, halb vor Ärger, versuchte sich abzuwehren und merkte, dass sie am Ufer lag, den Kopf auf dem Schoß ihrer Schwester, welche leise einige welke Blätter fortnahm, die ihr von den Bäumen herunter aufs Gesicht gefallen waren. »Wach auf, liebe Alice«, sagte ihre Schwester, »du hast wirklich lange geschlafen.« »Oh, und ich habe einen so merkwürdigen Traum gehabt«, sagte Alice, und sie erzählte ihrer Schwester, so gut sie sich erinnern konnte, »all die seltsamen Abenteuer, welche ihr eben gehört habt.« Als sie fertig war, gab ihre Schwester ihr einen Kuss und sagte, »Es war ein sonderbarer Traum, das ist gewiss, aber nun lauf hinein zum Tee, es wird spät.« Da stand Alice auf und rannte fort und dachte dabei, und zwar mit Recht, dass es doch ein wunderschöner Traum gewesen sei. Aber ihre Schwester blieb sitzen, wie sie sie verlassen hatte, den Kopf auf die Hand gestützt, blickte in die untergehende Sonne und dachte an die kleine Alice und an ihre wunderbaren Abenteuer, bis auch sie auf ihre Weise zu träumen anfing. Und dies war ihr Traum. Zuerst träumte sie von der kleinen Alice selbst. Wieder sah sie die kleinen Händchen zusammengefaltet auf ihrem Knie und die klaren sprechenden Augen, die zu ihr aufblickten. Sie konnte selbst den Ton ihrer Stimme hören und das komische Zurückwerfen des kleinen Köpfchens sehen, womit sie die einzelnen Haare abschüttelte, die ihr immer wieder in die Augen kamen. Und je mehr sie zuhörte oder zuzuhören meinte, desto mehr belebte sich der ganze Platz um sie herum mit den seltsamen Geschöpfen aus dem Traum ihrer kleinen Schwester. Das lange Gras zu ihren Füßen rauschte, als das weiße Kaninchen vorbeihuschte, die erschrockene Maus plätscherte durch den nahen Teich, sie konnte das Klappern der Teetassen hören, wo der Faselhase und seine Freunde ihre immerwährende Mahlzeit hielten und die gellende Stimme der Königin, die ihre unglücklichen Gäste zur Hinrichtung schickte, wieder nieste das Ferkelkind auf dem Schoße der Herzogin, während Pfannen und Schüsseln rundherum in Scherben brachen. Wieder erfüllten der Schrei des Greifen, das Bietschen des Griffels der Eidechse und das Stöhnen des unterdrückten Meerschweinchens die Luft und vermischten sich mit dem Schluchzen der unglücklichen falschen Schildkröte in der Entfernung. So saß sie da, mit geschlossenen Augen, und glaubte fast, sie sei im Wunderland, obgleich sie ja wusste, dass, sobald sie die Augen öffnete, alles wieder zur alltäglichen Wirklichkeit werden würde. Das Gras würde dann nur im Winde rauschen, der Teich mit seinen Plätschern das Wogen des Schilfes begleiten, das Klappern der Teetassen würde sich in läutende Kuhglocken verwandeln und die gellende Stimme der Königin in die Rufe des Hirtenknaben. Und das Wiesen des Kindes, das Geschrei des Greifen und all die anderen besonderen Töne würden sich, das wusste sie, in das verworrene Getöse des geschäftigen Gutshofes verwandeln, während sie, statt des schwermütigen Schluchzens der falschen Schildkröte, das wohlbekannte Mohn der Kühe hören würde. Endlich malte sie sich aus, wie ihre kleine Schwester Alice in späterer Zeit selbst erwachsen sein würde. Und wie sie durch alle reiferen Jahre hindurch das einfache, liebevolle Herz ihrer Kindheit bewahren. Und wie sie andere kleine Kinder um sich versammeln und deren Blicke neugierig und gespannt machen werde mit manch einer wunderbaren Erzählung. Vielleicht sogar mit dem Traum vom Wunderland aus alten Zeiten. Und wie sie alle ihre kleinen Sorgen nachfühlen, sich über alle ihre kleinen Freuden mitfreuen werde in der Erinnerung an ihre eigene Kindheit und an die glücklichen Sommertage. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!